So, und damit herzlich willkommen, ShishaCast Episode 21. Der Aufnahmezeitpunkt der letzten Folge ist zwar schon sehr, sehr lange her. Die letzte Folge für euch, aber gar nicht so lange her. Habt ihr ja bestimmt am Anfang von der ShishaCast Episode 20 gehört. Das hat etwas länger gedauert mit dem Upload, als uns lieb war. Aber lag ja auch einiges zwischendrin, worüber wir auch heute erzählen werden. Genau. Ich wollte eigentlich gerade noch sagen, ich bin noch nicht alleine, sondern ich habe wieder dabei den... Alex. Ich bin auch dabei. Hallo, guten Tag. Ich bin der Alex, ich bin auch dabei. Hallo, ich bin der Alex, ich bin auch dabei. Hallo, Alex. Hallo, Marvin. Hallo. Wir haben uns auch Ewigkeiten nicht mehr gesehen, ne? Das kommen wir voll lange vor, wir haben einen knappen Monat. Haben wir uns echt einen Monat nicht mehr gesehen? Das letzte Mal am 25.09., wo du vom BloggerMeet weggefahren bist. Stimmt, ja. Ja. Stimmt, dazwischen haben wir uns auch gar nicht gesehen. Nee. Ja. Dann war ich nämlich auch nochmal weg. Ja. Und dann war ich nochmal krank. Dann warst du nochmal krank. Aber die Punkte geben wir eh alle gleich nochmal in aller Gemütlichkeit durch. Ja, allgemein heute wird sehr viel über Real-Life und Special-Themen geredet. Ja, aber eher Special-Real-Life-Themen. Ja, ja. Die zwar auch immer mal wieder mit Shisha zusammenhängen natürlich. Na klar, aber halt nicht, also wir haben so viel Real-Life-Themen eigentlich, dass sich gar kein Special-Thema lohnt heute. Ja, die Real-Life-Slash-Shisha-Special-Themen sind unsere normalen Special-Themen. Special-Themen. Ja, wir hatten ja auch beim letzten Mal ein sehr belastendes Special-Thema. Von dem her ist das ja schon okay, dass wir diesmal ein bisschen entspanntere Themen haben. Ja, ich muss sagen, ich fand die letzte Folge, wo wir die Diskussion hatten, wirklich einen der stärksten, weil wir das echt gut sehr ausführlich besprochen haben. Also ich glaube, da gibt es eigentlich auch keinen Raum mehr für große Fragen. Das haben wir sehr gut ausdiskutiert, würde ich sagen. Ja. Gut, die Frage bleibt, wie wird das Ganze? Also, aber wir wollen nicht wieder auf die 25-Gramm-Thematik eingehen. Wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, hört euch die gerne an, da findet ihr dann alle Infos zu dem Thema. Heute haben wir aber wieder neue Themen. Bevor wir aber zu denen kommen, wie immer einmal Setups. Alex, was hast du dir ausgesucht aus dem SWG-Regal? Ich habe mir die schöne Unionhooker Fibonacci ausgesucht. Bowl weiß ich gar nicht, wie die heißt. Weißt du das? Das ist die Drop Spikes Clear. Drop Spikes Clear. Von Cesar. Ja, und obendrauf habe ich einen Chichaya-Batch 3 mit dem Nagrani und geraucht wird Holster Crab 2.0, Coca-Cola von Place, Onoluki von Tangiers und Sour von Tangiers. Wild. Sehr, sehr lecker. Da hat der Alex auf jeden Fall mal wieder Mixology ausgepackt. Ich finde den Mix gut. Ja, ich finde meinen Mix auch gut. Brauche ich zum ersten Mal. Ich habe mir geschnappt die Mosebreeze 2 mit der Edelstahlbase. Wer hat die Fibonacci? Wir kommen gleich nochmal drauf. Ja, ja, ja. Lass nicht zu viel zu erzählen. Wir nehmen uns schon wieder alle Punkte im Vorhinein weg. Mit dem weißen Sleeve, also mit dem Frosted Sleeve. Obendrauf habe ich den Alpaca Huacaya im Konfetti-Colorway. Mein Favorite-Colorway vom Huacaya. Of all time. Ich finde den, ich habe den Lime. Finde ich auch super schön, muss ich sagen. Stimmt, der Lime ist auch schön, ja. Aber den gibt es nicht in Tief, ne? Den gab es nur bei der Shallow-Variante. Den gab es nur in der Shallow-Variante, ja. Ist das der Tief oder ist das der Shallow? Das ist die Tiefe, ja. Da passt ordentlich was rein. Ja, das ist... So wie das sein muss für so einen Shisha-Cast. Das sind 30 Gramm, oder? Ungefähr? Ja, also auf jeden Fall 25 plus. Der Konfetti war ja nicht im allerersten Badge dabei, wo die ganz Tiefen dabei waren. Das war ja der dritte Drop, oder? Meine ich. Der dann nicht Shallow war, aber trotzdem nicht so tief wie der erste. Ne, ich glaube, es war der erste. Ich glaube, es ist einer der ältesten Hua-Kai, die ich habe, ja. Ach krass. Also habe ich schon ewig den Kopf. Und liebe ich eigentlich bis darauf, dass er sehr viel Tabak braucht. Ich glaube, im ersten gab es den Konfetti noch nicht. Im ersten war hier Tricola, der Hype-Ding. Schreibt es uns in die Kommentare. Ja, schreibt es in die Kommentare. Ja, aber stimmt, den Tricola hatte ich aus dem ersten. Tricola und die hier Firebutt und so weiter. So einen braunen Ding hatte ich ja noch. Ja, genau. Genau, das ist der Kopf. Kalout 1 plus Nier ist obendrauf. Tabak habe ich drinne. Den Fumari Earl Grey. Weißt du, wie der im Deutschen heißt? Nein. Ich glaube, London Grey, aber ich bin mir nicht sicher. Schon irgendwas mit London, ja. Ja, ne? Irgendwie so. Da aber nur eine kleine Gabel, weil der ist sehr intensiv, dieser Tabak. Also da brauchst du wirklich so eine Gabel und du schmeckst den ganz präzise aus dem Kopf raus. Ich finde, von so einer Sorte, von sowas brauchst du auch nicht unbedingt so viel. Ich finde, gerade so Teesorten, da reichen mir immer so 10 Prozent, um die unterzumischen, dass ich so eine kleine Note habe. Das soll auch nur so eine Beinote sein. Das will ich gar nicht so als präsente Komponente mitnehmen. Ja, genau. Und genau diese Beinote, die habe ich jetzt drinne mit dem Fumari. Und dann habe ich noch Holster Bloody Punch, so ungefähr 60 Prozent. Und dann nochmal 20 Prozent und sagen wir 30 Prozent von dem Tangier Sour. Genau. Und das dann in Verbindung noch mit dem Earl Grey. Sehr nice Kombi. Sehr, sehr nice Kombi. Hat echt diesen schönen sauren Touch vom Tangier Sour. Die leichte Earl Grey Note vom London Grey. Und dann die gewohnte Bloody Punch Note. Die aber dann natürlich ein bisschen mehr, also die ist nicht im Hintergrund, die ist schon im Vordergrund. Aber ein bisschen schwächer als so ein purer Kopf Bloody Punch. Und ganz wichtig, bei mir haben Bloody Punch immer noch einen Minzshot dran. Im kompletten? So ein Dreiviertel habe ich diesmal genommen. Meistens mache ich so einen halben dran. Diesmal habe ich ein bisschen mehr genommen. Ist aber auch sehr geil. Ich finde Bloody Punch ist für mich aber auch so ein Tabak. Den möchte ich immer nur so 10, 20 Prozent. Ja, hast du vorhin schon erzählt. Kann ich gar nicht nachvollziehen, weil ich kann den halt auch pur einfach wegballern. Nee, kann ich nicht. Also das ist wirklich, ich finde den so intensiv, der reicht mir wirklich so 10, 20 Prozent in den Mix rein. Aber das ist mehr auch nicht. Krass. Aber es ist halt Geschmackssache. Ja. Aber das sind die Setups, die wir gerade anhaben. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch hier zum Shisha-Cast eine schöne Pfeife anhabt. Euch ganz gemütlich zurücklehnen könnt an alle, die im Stau stehen. Immerhin hört da was über Shisha. Und könnt euch schon auf den Feierabendkopf dann freuen oder so. Ach, vielleicht auch noch als News vorneweg. Die ganzen Shisha-Casts wird es auch als Video-Version geben. Also seit Episode 20 gibt es den jetzt auch auf YouTube bei dir bei Shisha-WG. Genau. Ganz einfach als Video. Also wer da nicht nur hören will, was wir so erzählen, sondern es auch sehen will, der kann das machen. Ich habe viel gutes Feedback schon gestern bekommen, dass die Leute das feiern. Dass die halt nicht nur hören, sondern dass die auch die Pfeife dann anmachen und dann sich den Livestream... Also ist ja im Endeffekt der Livestream dann nochmal reuploaded und den sich noch nebenbei angucken. Ja. Also ich mag Video-Podcasts auch immer sehr gerne. Ich habe da zwei Gebiete oder zwei Einsatzmöglichkeiten bei mir. Wenn ich zum Einschlafen-Podcast höre, dann muss das ein Audio-Podcast sein. Wenn ich aber einfach auf der Couch sitze und was gucken will und das sozusagen einfach ein langes Format an Content ist, dann finde ich es trotzdem cool, wenn da ein Video dabei ist. Same. Also wenn ich irgendwie auf der Couch sitze und Pfeife an habe, dann würde ich mir auch niemals einen Podcast anmachen. Sondern ich hätte dann gerne was Optisches, eine optische Komponente noch dabei. Und deswegen finde ich es auch perfekt. Also auch Podcasts, die im Video-Format sind, gucke ich mir dann lieber so an. Und sonst höre ich Podcasts halt meist im Auto und da ist dann Audio. Und es ändert sich ja auch nichts für die Leute, die es einfach hören wollen. Von daher ist das, denke ich, alles cool. Genau. Weißt du, was auch cool ist? Was auch cool. Unsere Themenliste. Magst du anfangen mit Punkt Nummer eins? Der Übergang ist wieder unviel. Der Übergangs-Boss. Ja, also eigentlich relativ zeitnah nach dem letzten Aufnahmetermin. Wirklich ein paar Tage, ne? Sind wir zum Washi-Tasting nach Ludwigshafen gefahren. Im Endeffekt, ähm, wie war das? Ich bin zu dir, glaube ich. Ich bin zu dir gefahren. Von dir aus sind wir dann zu Matze. Ja, nicht zu Matze nach Hause. Wir haben uns beim Seegmüller getroffen. XXL-Lutz. XXL war das, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Irgendwie so ein Möbelding. Auf jeden Fall in Weiterstadt war das. Genau, in Weiterstadt, ja. Wir haben uns da auf dem Parkplatz getroffen. Noch mit den Hookabras. Ne, mit dem Hookabras. Von, von, ne, nur der Stefan. Der Stefan war da, ja. Genau. Und war noch jemand dabei? Ne, wir vier. Genau, wir vier. Genau. Und sind dann von da aus zusammen mit zwei Autos nach Ludwigshafen gefahren. Ja. Zum Washi-Tasting. Genau, der Stefan dachte noch, dass er früher abhaut. Gut, ist er auch, aber nicht viel. Stimmt, er hat noch überlegt. Im Endeffekt hätten wir auch mit einem Auto fahren können, aber naja, egal. Und das, also erstmal, Location war wunderschön. Boah, mega. Ja, das war, die haben bei Ludwigshafen, was war das, BASF? Der BASF-Tennis-Club. So ein Clubhaus irgendwas war das. Super schön Location draußen, überdacht, also teils überdacht, teils frei, sehr, sehr groß aufgebaut. Ja. Also war wirklich genug Platz, hat sich, also ich hätte gedacht, es wird zu voll, aber es ist eigentlich super aufgegangen. Ja, war echt okay. Wir waren auch eine halbe Stunde früher da und da war auch schon alles vorbereitet. Also Kohle war schon fertig, Tabak, Dings war hier, Tabak, Theke war schon komplett aufgebaut, Pfeifen waren schon ready, falls du keine eigene mitgenommen hast. Ja. Also war ich sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Also wir haben tatsächlich gedacht, dass es vielleicht noch nicht direkt am Anfang komplett ready sein wird. Du kannst ja sagen, auch was du da mitgenommen hast für einen Notfall. Ja, und ich habe noch einen Anzünder mitgenommen. Also ich war komplett ready. Du hast komplett alles mitgenommen. Alles, also ich war ready, um da eine Pfeife anzumachen, selbst wenn da am Ende niemand gewesen wäre, hätten wir eine Pfeife rauchen können. Ich habe halt gedacht, die werden wahrscheinlich erst zum Beginn dann ready sein, weil vorher schon Kohle anmachen, die verglüht ja dann nur, lohnt sich ja eigentlich nicht. Aber Rewoshi hat da definitiv nicht enttäuscht, die hatten alles ready, als wir angekommen sind. Also wir hatten den ersten Kopf schon am Laufen, da sind die ersten Leute erst gekommen. Ja, wir waren auch mit die ersten. Ich glaube, es waren fünf andere. Ich glaube, wir waren die ersten, oder? Nee, nee, nicht komplett. Da saßen tatsächlich schon ein paar Leute da, als wir reingekommen sind. Waren nicht von Rewoshi selber? Nee. Ach, wirklich? Da war schon ein Tisch, wo schon ein paar Leute saßen. Ein paar Jungs waren schon da. Ja gut, ich dachte, es wären von Rewoshi noch Jungs gewesen, aber dann, ja. Ja, die waren auch da. Ja. Ja. Ja, und haben uns dann ein Köpfchen angemacht, ne? Ja, waren sehr leckere Dinge dabei, aber ich muss sagen, da war ein Tabak, der Zigarre Vanille. Das war, das ist ein Brett. Ja. Das ist mit Doppelapfel zusammen. Und Dark Blend. Und Dark Blend, stimmt. Ganz wichtig. Die Washi ja eigentlich sonst nur Virginia. Der erste, ist es der erste Dark Blend? Ich glaube schon, ne? Ja. Also, super leckerer Tabak, ähm, von der Stärke her fand ich jetzt nicht besonders stark irgendwie. Also, ich fand den angenehm zu rauchen. Also, ist schon ein Dark Blend, aber sehr angenehm. Genau, ja. Und gerade ein Kombination mit Doppelapfel, super leckeres Ding. Ja, also, ich, ich war super happy. Ansonsten, was haben wir noch geraucht? Ich habe auf jeden Fall noch den Traub probiert. Mit dem Strong Mint. Ja, es gab noch einen Strong Mint, der aber wahrscheinlich nicht in Deutschland auf den Markt kommen wird. Wegen TBD 2. Ja. Aber der war auch sehr strong, muss ich sagen. Also, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist dann so diese typische kühle Minze. Aber der war wirklich beachtlich. Der hat schon gut reingehauen, ja. Da so 10, 20 Prozent vor und noch zu einem Traub und Minze dazu, dann hattest du wirklich Traube und Minze. Was ich geil finde, ich mag das. Ja. Also, ich kann Traube und Minze wirklich 50-50 rauchen. Für mich immer ein bisschen mehr Traube, muss ich sagen. Aber ich fand die Mischung auch nicht schlecht. Ansonsten, super cooler Tag. Biskuit habe ich noch geraucht. Stimmt, wir haben noch so eine Creme-Gemischung geraucht. Biskuit, Strawberry und noch etwas. Ja, das war auch lecker. Ja, generell, wir haben uns da so ein bisschen durchprobiert, mal ein bisschen gegenseitig probiert und so. Das war schon sehr, sehr nice. Also, das Rewashy-Tasting. Ich hatte nicht so große Ansprüche, sage ich mal. Nee, also, ich habe mich eingestellt auf einen entspannten Tag einfach, zusammen ein bisschen Pfeife rauchen, Hüßchen sehen, vielleicht ein bisschen quatschen. Ja. Und, ja. Wenn ich mich heute übrigens ab und zu mal ein bisschen räusper, dann sieht es mir nach. Ich bin zwar wieder ziemlich gesund und ich fühle mich auch wieder gut, aber ich habe immer noch so ein bisschen Kloß im Hals, sage ich mal. Ein bisschen verschleimt noch. Ja, auch übrigens mehrfach negativ Corona getestet, ganz wichtig. Und wir sind beide doppelt geimpft. Ja, das auch. Also, ist es soweit alles fein. Ja. Nochmal Disclaimer-mäßig. Ja, ja, genau. Wollte ich nur erzählen, weil ich ab und zu mal das Mikrofon ein bisschen wegschiebe und nicht mal räuspern muss. Ich bin auch mal gespannt, wie meine Stimme die drei Stunden durchhält. Ansonsten werden wir einfach ein bisschen mehr an dich abgeben. Dann musst du meine Sachen erzählen. Muss ich deine Sachen erzählen? Ja, das wäre auch mal interessant. Dann sage ich immer, ja, das stimmt, nee, das stimmt nicht. Ich orientiere mich einfach an den Storys, die ich gesehen habe. Ja, ja, okay. Das wäre auch spannend. Achso, noch ein Disclaimer. Natürlich, das Ganze hier sind teils gestellt, teils haben wir Sachen bekommen. Ah ja, oh, gerade bei den Setups eben. Ja, ja. Enthält alles Werbung. Müssen wir dazu sagen, aus rechtlichen Gründen, dass ihr da Bescheid wisst. Auch wenn wir Codes nennen bei Shops etc. Ja. Werden wir aber noch ein paar Mal erwähnen müssen, weil man das praktisch vor jedem Segment neu erwähnen muss. Naja. Wie haben wir ja schon erzählt, ist halt jetzt einfach so, muss man halt machen. Wird viel zu tun. Aber, wie gesagt, Rebo-Tasting, super cooler Tag gewesen. Ja. Waren viele Leute da, also hier, Schücher-Schwaben waren ja auch mit, Tobi. Dann Cengiz, Schücher-Deutschland war, ist auch noch gekommen, fand ich super cool. Ja, hab ich das zum ersten Mal kennengelernt. Ich auch, ja. Dann Dürerlitz war mit dem Start. Ja, aber du musst ja wissen, dass ich mit Cengiz schon geplant habe, dass wir noch länger beim Rebo-Camp dann zusammenbleiben. Und wir kannten uns vorher gar nicht persönlich. Also das war ein bisschen Leap of Faith, sag ich mal. Ja. Ja, aber sehr nett, der Kerl. Ja, auf jeden Fall. Habe jetzt schon mein Herz geschlossen. Also, falls das First Cengiz, Grüße gehen raus. Ja, also waren noch viele Leute da. Kamen noch ein paar andere Blogger. Hat super Spaß. Dann auch mal wieder Leute live zu sehen, mit denen einfach mal zu quatschen, mit denen eine Pfeife zu rauchen. Ja. Ist man gar nicht gewohnt, so nach der ganzen Zeit. Ja, ein paar Fotos gemacht. All so Sachen. Stimmt, Fotos. Ja. Gerade bei dir. Wann? War ein paar. Ja. Ja, aber war echt cool. Und vor allem, dass man da noch einfach mal direkt mit den Leuten dann quatschen kann. Ja. Konntest mit jedem mal noch ein bisschen drüber reden. So, was habt ihr probiert? Was fandet ihr so geil? Genau. Was fandet ihr vielleicht nicht so gut? Habt ihr noch einen Geheimtipp? Was war euer Favorit? Und so weiter. Das ist halt schon immer geil. Das ist halt irgendwie so das, was Shisha ausmacht und was so ein bisschen während der Corona-Zeit gefehlt hat. Also allgemein auch mit der Community zu quatschen. Also auch so, was machst du so, was hast du für Setups zu Hause, wie bist du drauf gekommen? Super coole Gespräche dabei gewesen. Also es war ein super schöner Tag. Ja, safe. Also ich hätte gedacht, dass es cool wird, aber dass es so cool wird, habe ich nicht erwartet. Und da bin ich echt happy. Also ich bin froh, dass wir hingegangen sind. Aber das Ganze hatte ein unerwartetes Ende gehabt. Ja? Und zwar, ja. Was war das? Wir sind ja dann, wir sind ja dann, also wir... Ach so, ja, 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 okay. Ich dachte, das Event wäre unerwartet geendet. Ach so, nee, nee, nee. Ja, ja, okay. Also wir sind ja mittags gekommen, waren dann bis abends da. Als dann zu Ende war, sind wir auch dann langsam gegangen, haben geparkt und sind dann erstmal mit Matze wieder nach Weiterstadt gefahren. Und von da aus bin ich dann mit meinem Auto, wollten wir eigentlich zu dir zurückfahren. Wir wollten zu mir nach Hause, ja. Und wir hatten ja auf dem Weg zu Matze schon so gedacht, okay, was ist denn das für ein komischer Weg? So sind wir noch nie gefahren. Es gibt drei verschiedene Wege. Ja. Und ich bin den gefahren, den ich noch nie gefahren bin. So, so... Ich auch, noch nie. Über Landstraßen, nicht über die, die... Kurz wieder auf der Autobahn, dann wieder Landstraße und irgendwie nochmal kurz durch Frankfurt. Und das war... War wird. Ja. Ja. Und dann sind wir zurückgefahren. Ich habe deine Heimatadresse eingegeben, ein Navi an und dann los. Und dann, ich denke so, ich bin noch nie hier lang gefahren. So, auf der A3 gewesen, irgendwo Richtung Frankfurt runter gefahren, wo... Wir sind sogar nochmal nach Frankfurt reingefahren. Von da aus dann nochmal runter in eine komplett andere Richtung. Ich denke so, das kann doch gar nicht sein. Naja, das mit der komplett anderen Richtung wussten wir ja nicht. Ja, das stimmt. Also Richtung haben wir irgendwie ein bisschen fehl eingeschätzt. Ich war mit Richtung so von wegen, ich bin in diesem Bereich noch nie Auto gefahren. Diese Straßen kannten wir nicht. Nee, waren wir beide noch nie. Ja. Und das so, okay, wir sind... Naja, die eine Straße habe ich dann erkannt, aber da war es schon zu spät. Hör, erzähl mal weiter. Der eine, weil der Hinweg halt auch so ein bisschen unübersichtlich war, sage ich mal, haben wir uns da keine Gedanken drüber gemacht. Ja. Und irgendwann... Ich habe noch ein paar DMs am Handy abgearbeitet, gar nicht so viel auf die Straße geguckt. Navi sagt links, Alex fährt links. Navi sagt rechts, Alex fährt rechts. So ein Ding war das. Genau, und dann sagt Navi noch so fünf Minuten bis Ankunft und ich denke so, es kann doch gar nicht sein, wir sind hier am Arsch der Welt irgendwo. Und dann sind wir auf einmal nach Bad Sohden reingefahren. Am Ortsschild Bad Sohden vorbei. Und wir wohnen nicht in der Nähe von Bad Sohden. Ja, da habe ich... Man muss vorher noch dazu sagen, also es gibt in Bad Sohden dieselbe Straße wie meine Straße zu Hause und die Entfernung von Ludwigshafen nach Bad Sohden, nee, von Weiterstadt nach Bad Sohden war ungefähr dieselbe wie von Weiterstadt zu mir nach Hause. Genau. Deswegen hat das alles irgendwie Sinn gemacht, so von dem, was da stand. Bis wir in Bad Sohden waren. Wir sind dann erstmal von Weiterstadt eine halbe Stunde nach Bad Sohden gefahren und von Bad Sohden dann nochmal eine halbe Stunde zu dir. Und Mia hat daheim auf mich gewartet und war so, ja, dann bin ich ja noch wach, wenn du kommst. Und dann habe ich irgendwann geschrieben, ja, wir brauchen jetzt doch nochmal eine halbe Stunde. Wir sind in Bad Sohden. Der Alex hat da was komisches ins Navi eingegeben. Ja, ich habe deine Straße eingegeben, aber das war halt der falsche Ort. Also merkt euch immer auch schön den Ort kontrollieren, wenn man was ins Navi eingibt. Ich bin übrigens seitdem ein bisschen geschädigt, ne? Als wir nach Wiesbaden gefahren sind, habe ich auch dreimal geguckt, ob das Navi uns wirklich nach Wiesbaden schickt. Seitdem das passiert ist, ich gucke auch immer dreifach nach, ob ich die richtige Adresse eingebe. Du hast uns einfach beide komplett hops genommen. Naja, aber abgesehen von unserem kleinen Ausflug nach Bad Sohden war das ein sehr schöner Tag. Wir hatten einen wunderschönen Blick auf die Skyline von Frankfurt. War wirklich schön. War romantisch, ja? War romantisch. Da habe ich dein eigentliches Ziel hinter dem Ausflug erkannt. Ja, genau. Naja, aber wir werden vielleicht auch einfach schön schnell heim. Naja, geil. Ist wohl so passiert. Kann man wohl nichts machen. Ja, aber nach dem Rewashy-Tasting stand bei uns auch in nicht allzu weit entfernter Zukunft schon das nächste Dicke-Event. Ja, und zwar das Blogger-Meet 2021 mit uns beiden natürlich. Dann war noch der liebe Flo Carbonsfunk dabei, der das soweit sehr führend organisiert hat, kann man so dazu sagen. Definitiv. Da nochmal Danke an Flo. Also da auf jeden Fall auch Respekt, dass er das alles so hingekriegt hat. Er hat ja dann gefragt, ey, habt ihr auch sowas Bock? Und ich war so, ich hab Bock, aber ich hab keine Zeit da. Keine Zeit. Airbnb und alles Organisationsmäßige. Und ja, der Flo hat das alles organisiert. Da dickes Dankeschön. Das ist nicht selbstverständlich. Hat sich auch super belohnt. Also wer noch dabei war, natürlich noch Aljoscha, Hookace und Yannick, Kassel. Kennt man eigentlich auch beide, würde ich sagen. Sollte man kennen. Ja. Ansonsten sollte man die kennenlernen. Ja, entweder auf YouTube oder auf Instagram. Ja. Genau. Hookace und Kassel. Ja, oder Aljoscha und Yannick auf YouTube. Ja, ja, stimmt. Ah, gut. Ja, schon Yannick auf YouTube und Hookace und Kassel auf Instagram. Ja. Und sind dann am 20.09. sind wir, glaube ich, los von hier nach Bayern sind wir gefahren. In ein schönes Airbnb. Sehr schönes Airbnb. Also war wirklich super schön. Mit Wellness noch. Beheizte Outdoor-Pool, Sauna. Da waren wir nicht einmal drin. Nee, waren wir nicht einmal drinnen. Aber der war dabei. Ja, das hat mich ein bisschen... Hätten wir eigentlich auch hingegen. Hätten wir einmal reingehen müssen. Allein, weil er beheizt war. Ja, das wäre schon geil gewesen. So Ende September einfach nochmal einen Pool hüpfen. Das hätte schon was. Ja, vor allem und weil er noch überdacht war. Ja. Ist ja eigentlich schon wild gewesen. Aber was wir genutzt haben, war auf jeden Fall der Outdoor-Pool und die Sauna. Und die Sauna. Ja. Sauna war... Sind wir direkt am ersten Abend sind wir da rein, ne? Ja, klar. Wir sind angekommen, eine Pfeife geraucht und dann die Sauna. Ja. Das war schon sehr, sehr gut. Wir sind angekommen, haben dann erstmal die ganzen Sachen ausgepackt. Weil Flo hatte da auch sehr viel Stuff organisiert, wovon wir teilweise gar keine Ahnung hatten. Wie zum Beispiel... Blogger Meet Exclusive Bowl. Wie zum Beispiel die Bowl. Also das ist wirklich Highlight für mich gewesen, weil sie sieht so wunderschön aus. Ja. Also, um es kurz zu erklären. Mose hat für uns beim Blogger Meet eine Bowl bei Cäsar entwerfen lassen, die dann exklusiv fünfmal gefertigt werden sollte für uns. Wurde dann siebenmal gefertigt, weil falls was bei einer kaputt geht, hätten wir trotzdem fünf gehabt. Es war aber bei allen sieben alles in Ordnung. Deswegen wurde noch eine bei Joscha und Janik verlost und eine noch bei mir im Livestream. Genau. Eine wunderschöne Bowl. Also wer jetzt... Wer jetzt die Videovariante guckt, der sieht sie tatsächlich... Ach nee, die steht da unten, ne? Nimm mal deinen Arm weg. Schau mal, da steht sie. Das ist die Blogger Meet Exclusive. Exclusive Bowl. Also für alle, die die Videovariante gucken, die sehen das jetzt. Das wird wahrscheinlich hin und wieder passieren, dass wir natürlich mal Sachen zeigen, die man dann nur in der Videoform sieht. Ja. Ja. Aber es gibt natürlich auch zum ganzen Blogger Meet ein Video und da sieht man die Bowls auch nochmal zu Genüge. Habe ich mir auch angeguckt, ne? Ein sehr cooles Video. Das hoffe ich ja wohl, dass du das gesehen hast. Du warst ja wohl mit drin. Also, hör mal. Was ist denn das hier für eine Einstellung? Also... Und die Drohnenaufnahmen. Da kommen wir auch gleich... Also, auf jeden Fall, Blogger Meet sind angekommen. Ähm, natürlich erstmal alles ausgepackt. Und dann das erste Köpfchen. Und danach ging es eigentlich auch schon direkt in die Sauna. Also, es war wirklich so der erste Tagesablauf. Alle hingesetzt. So wie an Weihnachten im Stuhlkreis. Pakete rausgepackt. Jeder hat so sein Päckchen bekommen. Ja. Das war schon sehr cool. Da auch nochmal geisteskrank von Candy Kong. Candy Kong? Oh ja. Haben uns da Pakete... Candy Kong Kasse. Candy Kong, ja. Haben uns da Pakete hingestellt. Boah. Also, wir waren... Wir hatten Süßigkeiten ohne Ende. Ich habe immer noch welche zu Hause, ne? Wir hatten auch Frühstückste. Ich habe ja keine mitgenommen. Du hast ein paar Lucky Charms mitgenommen, ne? Ja, für Mia. Ja. Ich habe ein paar Sachen noch mitgenommen am Ende. Haben ein bisschen aufgeteilt. Ich habe immer noch Sachen zu Hause. Also, das war ein Vorrat für... Ich nehme da was. Also, das ist kein Problem. Ja, das war geisteskrank. Also, was da... Auch alleine. Also, wir waren dann auch noch bei Shisha-Dome zu Besuch. Wir waren dann essen. Wir haben die Community bei Shisha-Dome getroffen. Zweimal sogar. Was auch super cool war. Ja, wir waren sogar zweimal da. Wir waren noch Wakeboarden an der Wakeboard-Anlage. Das ist jetzt so Spaß. Also, ich will unbedingt nochmal Wakeboarden gehen, ne? Also, ich bin dabei. Ich habe auch Michelle schon gesagt, dass wir da zusammen mal Wakeboarden gehen. Ja, safe. Nächsten Sommer sind wir zweimal die Woche an der Anlage. Ich bin da sofort... Ich will das auf jeden Fall können. Ja. Also, zum... Für euch. Wir sind Wakeboarden gegangen. Marvin, direkt natürlich seine Runden da gefahren an der Anlage. Wir hatten sogar direkt, äh, die Challenge. Ihr habt mich gezwungen, einen Standstart zu machen. Ja, einen Sprungstart. Also, das heißt... Äh, ich mache erstmal halblang und mache erstmal einen normalen Start. Und dann hatten wir aber das Abkommen, wenn ich euch schon zwinge, mit mir Wakeboarden zu gehen, dann muss ich direkt den Sprungstart versuchen. Hat auch jedes Mal geklappt. Ich habe mich nicht einmal beim Start aufs Maul gepackt. Ja, und Aljosch und ich... Außer beim... Beim... Was war es? Kneeboard? Oder was war ich so... Beim Kneeboard... Vor allem das Gute am Kneeboard war ja, also, für euch zur Erklärung, Marvin ist da seine Runden gefahren, Aljosch und ich... Also, ich Wakeboarde ja schon jahrelang. Machst das ja schon ein bisschen. Gerade, das war auch doof. Äh, ich fahre so meine erste Runde und in der zweiten Runde springe ich über einen Kicker. Flack da hin. Stimmt, dass es das falsche Board gab, der Fall. Genau, und dann sagt er mir so, ja, mit dem Board darfst du nicht über die Kicker fahren. Und ich so, ja, wie? Und dann meinte er so, ja, ich dachte, du kannst nur so fahren, aber nicht halt, dass du Kicker und Obstacles und sowas mit nimmst und Rails und Tables und hast du nicht gesehen. Ich so, ja, doch. Dann meinte er, ja, da musst du ein anderes Board nehmen. Aber dann war es eigentlich eh schon, wir hatten nur eine Stunde. Ja. Also, wir haben nur eine Stunde genommen, wir hätten natürlich länger gekonnt. Also, preislich war das auch voll okay. Also, ich meine... Ja, und die zweite Stunde wäre ja deutlich günstiger gewesen. Ja, sechs Euro drauf, glaube ich. Für die zweite Stunde hätten wir nur sechs Euro drauf zahlen müssen. Wie viel haben wir gesagt? Die erste Stunde hat 35 gekostet. Aber mit kompletter Ausrüstung. Ja, ja, genau. Wir haben ja alles bekommen. Wir hatten ja auch nichts dabei. Wir haben ja nicht gedacht, dass wir Wakeboarden gehen. Wir waren ja eigentlich unterwegs für Drohnenschutz mit dem Tesla. Genau, und dann haben wir gesehen, oh, guck mal, da ist ein See, das sieht bestimmt cool aus auf der Drohne. Und dann sind wir da hingefahren und dann, oh, hier ist eine Wakeboarderlage. Wollen wir Wakeboarden? Dann die Jungs so zwei Minuten überlegt, ah ja, okay, let's go. Ja. Und dann sind wir gewakeboardet. Auf jeden Fall zurück zum eigentlichen Punkt. Und zwar, Marvin wakeboardet schon ein paar Jahre. Aljosch und ich haben das noch nie gemacht. Auch so allgemein alles, was damit zu tun haben könnte. Also, ob jetzt hier Snowboarden oder... Wirkliche Wassersportarten. Wassersportarten oder auch allgemein, wo du auf dem Board stehst. Also, Snowboarden, Skateboarden, du machst da eigentlich... Gehen wir jetzt im Winter Snowboarden? Der Blick. What are you doing? Why are you doing this to me? How did I earn this? Machen noch ein Plogger-Meet im Winter. Oh. So, so, so. Ein Snowboarder-Meet. Ein Snowboarder-Meet. Ey, stell dir mal vor, und da noch mit Sauna. Tagsüber gehen wir snowboarden. Abends gehen wir in die Sauna und dann sitzen wir alle mit dem Feierabendkopf auf der Veranda und gucken in die Berge. Sei ehrlich, klingt geil. Also, hier Flo, wenn du das hörst. Flo, please organize, please. Schöne Hütte auf dem Berg. Genau. Also, ich wäre sofort dabei. Ich bin noch nie Ski oder Snowboard gefahren, aber ich würde es ausprobieren. Ja, du kannst ja jetzt wakeboarden. Von daher kannst du jetzt auch snowboarden. Nicht wakeboarden, dann darauf will ich ja hinaus. Was? Also, wie gesagt, Aljoshan und ich haben noch nie irgend sowas gemacht. Und standen dann da und es wurde das alles schön erklärt. Also, die Leute an der Wakeboarden waren alle super nett. Die haben uns auch alles geliehen. Ich muss auch kurz dazwischen sagen, diese Leute an so Wakeboard-Anlagen sind immer die gechillsten Menschen. Das ist immer so richtig Surfer-Dude-mäßig. Die sind immer so entspannt drauf und so hilfsbereit und so korrekt. Ich liebe das einfach. Allein, dass wir da hinkommen ohne irgendwas. Wir hatten ganz normale Klamotten an. Wir hatten nichts dabei. Nicht bei der Badehose. Kein Handtuch. Nichts. Nichts. Und haben uns wirklich alles gegeben von Handtuch über Suit, über Board. Wir sind halt nackig in Neopren. Ja. Und dann... Aber war halt dann so. Ja. Und dann kannst du dich ja danach wieder duschen und anziehen. Genau. Fertig. Auf jeden Fall, Aljoshan und ich, uns wird alles erklärt. Ich dachte so, okay, wird dann schon irgendwie funktionieren. Wir sitzen da so am Start. Seil kriegt Zug drauf. Und wir beide... Wupp. Weck. Und das ging bei uns auch wirklich die ganze Stunde. Obwohl ich... Wir standen beide einmal. Ihr hattet beide mal ein paar gute Versuche, ja. Aber keiner... Das Problem war, ihr wart langsam beide an dem Punkt, wo ihr dieses Feeling rausbekommen habt. Und dann war praktisch die Kondition am Ende. Ja. Weißt du, das Wissen vom Wakeboarden ist gestiegen, die Kondition ist halt leider gesunken. Ja, bei mir ging es noch, bei mir war es wirklich der Zeitfaktor. Weil ich hätte mich da noch hingestellt, wäre noch zwei Stunden länger geblieben, allein, dass ich einmal stehen kann. Ja. Aber es war halt... Ja, es hat trotzdem Spaß gemacht. Es ist auch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich hätte aber gedacht, dass er ein Stückchen weiterkommt. Ja, also ich war schon happy, als wir haben dann auch das Kneeboard bekommen, wo... Das war auch top, weil er meinte, so ein Kneeboard, das ist idiotensicher. Ich knie mich da so drauf... Was heißt das jetzt für euch beide? Er wollte halt wenigstens, dass wir ein Erfolgserlebnis haben an dem Tag. Ich knie mich da so drauf, halte das Ding fest, Spannung geht drauf, wupp. Alex fliegt weg, das Kneeboard bleibt stehen. Ja komm, bei dir war es danach nicht besser. Bei mir war es genauso. Ich bin auch noch nie Kneeboard gefahren, das war auch First Time für mich. Ich habe noch nie Kneeboarden probiert. Und danach wollte ich es nochmal probieren, da hat er mich dann angestuft und dann bin ich sogar eine halbe Runde gefahren. Ja, bist du dann richtig in der Kurve weggeflagten. Vor allem in der schlimmsten Kurve, weil ich... Kannst du mal... Ich habe eine halbe Stunde gefühlt gebraucht, bin ich wieder zurück. Ich tauche so auf, gucke so in beide Richtungen, denke so... Shit. Beides komplett beschissen. Aber es war ein sehr, sehr witziger Tag. Es hat viel Spaß gemacht, ja. Ich fand es killer, ich bin da direkt wieder dabei. Oder halt Snowboardcamp im Winter. Hätte ich auch gebrochen. Blogger-Ski-Fahrzeit. Boah, das wäre so ein Killer. Vielleicht auch diesmal mit Frauen oder so. Also wenn wir mal... Ne, zehn Leute wären wir dann, ne? Ja, wenn jede Freude mitkommt, wären wir mal zehn, ja. Aber dann könnten wir halt auch voll die Killer-Hütte nehmen, ne? Mit zehn Leuten. Also ich wäre wirklich dabei. Wir müssen halt mal in die Blogger-Meet-Gruppe schreiben. Vielleicht lässt sich da noch was organisieren oder so. Das wäre echt wild. Das wäre sehr wild. Es wäre sehr kurzfristig mit der Planung, aber... Naja, du kannst ja auch im Januar und Februar kannst das ja machen. Und ich hatte... Ich bin jetzt nicht abgeneigt gegenüber einem Winterurlaub, so. Ja. Ja. Also allgemein, Blogger-Meet insgesamt, muss ich auch sagen, wäre ich safe dabei, nächstes Jahr nochmal das Ganze zu machen. Absolut. Also es war... Vielleicht auch mal in Spanien oder sowas, dass wir mal ins Ausland gehen. Ja, dieses Jahr haben wir uns ja beschränkt auf Deutschland, weil wir gesagt haben, falls irgendwas mit Corona noch sein sollte, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite und können in Deutschland halt... Genau, dann sind wir wenigstens im Inland. Genau. Oder im Ausland. Man weiß ja nie. Test, Quarantäne, Pipapo. Da wollten wir auf Nummer sicher machen. Allein wegen Einreisbeschränkungen, ob da irgendwas ist. Ja. Am Ende haben wir da ein Airbnb, aber dürfen nicht ins Land. Genau. Ja. Und das wäre halt auch beschissen. Und da haben wir gesagt, okay, wir bleiben in Deutschland. Bayern haben wir echt... Das Airbnb war wunderschön. Ja. Und deswegen also nächstes Jahr, wenn das möglich ist, wäre ich... Ja, wir haben ja eigentlich schon alle zugestimmt. Ja. Also ich glaube, Blogger-Meet 2021... Nee, 2022. 2022, das ist schon ein Ding. Ja. Ja. Vielleicht ja sogar noch mit der Winter Edition. Achso, mit der... Mit der Snowboard Edition. Ja. Snowboarder-Meet. Sehe ich uns. Ja. Sehe ich uns auch. Aber Blogger-Meet, voller Erfolg. Und was ich nochmal hervorheben will, was ja für uns auch so ein bisschen der Gedanke dahinter war, durch Corona haben wir uns natürlich alle recht wenig gesehen. Und klar, man trifft sich dann mal wieder auf Events. Aber wenn du mal so eine Woche zusammen in einem Airbnb bist und dann abends zusammen Filme guckst und du dauerhaft quatschen kannst und so, das ist was ganz, ganz anderes. Und es hat echt gefehlt und es war echt sehr schön, dass man das da mal wieder machen konnte. Ja, vor allem, dass man einfach mal die ganze Truppe aufeinander hatte. Dass man einfach mal eine Woche wirklich, wir alle fünf zusammen einfach da sitzen konnten, quatschen konnten, Pfeife rauben konnten. Ich meine, im Endeffekt haben wir uns alle davor, kurz davor, jeder nochmal untereinander gesehen. Ich war mit Flo unterwegs. Du hast dich mit Janik und Ali getroffen. Ich habe mich da vom Janik und Ali getroffen. Ja, aber nie alle zusammen an einem Ort. Genau. Und in einem ganz entspannten Szenario. Das war wirklich sehr, sehr schön und hätte da auf jeden Fall Bock drauf, dass wir das so festhalten. Die Snowboard Edition und die 2020 Summer Edition. Habe ich Bock. Das war cool. Ja, und nach dem Blogger-Meet war ich ganze zwei Tage zu Hause. Also du bist ja erstmal bis der früher gefahren. Genau, ich musste früher los. Ihr wart bis Sonntag, ich war bis Samstag, weil Samstagabend war dann noch das Treffen mit den Leuten, die den Abend im Homera ersteigert haben beim Charity-Stream. Das war auch ein sehr schöner Abend. Haben wir gemütlich zusammen im Homera gesessen. Shisha-Crew Odenwald waren da und Rolf und Nadja aus der SWG-Community. Der René war natürlich auch mit dabei, ganz klar. Und da haben wir zusammen einen schönen Abend im Homera verbracht und da ein bisschen Pfeife gebraucht. Was war auch sehr nice. Und dann hatte ich den Sonntag und den Montag und Dienstag ging schon wieder los. Übrigens kurz zwischenrein, wir dürfen keine Werbung mehr für das Homera machen. Warum? Ey, das ist viel zu voll in letzter Zeit. Stimmt, Homera ist voll scheiße, geht da nicht hin. Geht dann auf keinen Fall hin. Auf gar keinen Fall. Die Köpfe, es gibt nur China-Heads. Ja, und im Übrigen kann er auch keine Köpfe bauen. Und nur Selbstzünder. Ja. Das ist überhaupt nicht, nein, nein. Und nur Kioskpfeifen. Ja, ja. Keine Duschers. Und dann kostet es auch 20 Euro. Ja, 30 habe ich letztens sogar bezahlt. 30 so? Ja, für einen halben Kopf. Hat er in der Mitte durchgeschnitten. Und die Kohle auch. Das waren dreihalbe. Und für jedes Mal Kohlen nachlegen bezahlst du auch noch einen Fünfer. Fünfer, ja, ja. Ja, das ist jetzt ganz schlimm geworden. Einfach abgehoben. Ja, das ist echt schlimm. Wir waren jetzt zweimal nochmal unter der Woche da. Ja. 20 Uhr. Wir haben keinen Platz mehr bekommen. Ich gehe heute Abend hin um 8. Ich bin echt gespannt. Ich würde eigentlich am liebsten noch früher gehen. Wochenende, also falls ihr doch irgendwann mal in Sumera gehen wollt für eine Kioskpfeife mit einem halben China-Head und Nackler-Tabak, kann ich nur empfehlen. Ist geil. Aber reserviert auf jeden Fall am Wochenende. Also Real Talk. Mittlerweile auch unter der Woche. Ja, reservieren unter der Woche. Wir waren jetzt zweimal unter der Woche da und wir hätten, also wir haben, einmal waren wir um 19 Uhr da, da haben wir noch einen Platz bekommen. Um 8 Uhr war dann full, full. Und gestern waren wir nochmal da um 8 Uhr und wir haben keinen Platz mehr bekommen. Wir haben netterweise, eine größere Gruppe ist für uns so ein bisschen halb rumgerückt, dass wir uns da noch zusetzen konnten, bis andere aufstehen. Aber sonst hätte ich es vergessen können. Also sagen wir einfach, wann auch immer ihr ins Umera geht, reservieren. Außer direkt um 17 Uhr, wenn sie aufmachen. Ja, dann nicht. Also gerade so 17, 18 Uhr ist noch angenehm, aber ab 20 Uhr auf jeden Fall reservieren. Ja, das ist schon hart. Deswegen sage ich, das geht auf keinen Fall hin. Nee, nee, nee. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich gehe da auch nicht mehr hin. Auch nicht heute Abend um 8. Nee. Nee, nee. Das war Spaß. Ja. Oder so. Naja. Genau. Und dann der Umera-Abend war sehr, sehr nice. Und dann ging es für mich schon weiter, weil es sollte ja eigentlich das Rewoshi-Camp in Ägypten geben. Das hat dann aber nicht geklappt, weil die türkischen Kollegen kein Visum für Ägypten bekommen haben. Warum auch immer. Aber war dann halt so. Und dann war das erst mal vom Tisch, dieses Thema. Und dann kam Rewoshi auf einmal auf die Idee, ja gut, dann machen wir einfach mit ein paar weniger Leuten Malediven. Und wir so, Malle was? Oder so, Malediven. So, ihr meint diese geisteskranken Urlaubskataloginseln im Indischen Ozean? Ja, ja genau, Malediven. Ja. Und da bin ich dann hingeflogen. Dann sind wir, bin ich, ich glaube mittwochs bin ich geflogen. Ich hatte Montag, Dienstag, Mittwoch. Aber da musste ich halt erstmal alles waschen, was ich beim Blogger-Meet dabei hatte. Musste mir einen Koffer organisieren. Musste noch einen PCR-Test machen. Musste das ganze Zeug ausfüllen. Weil für das Hotel brauchst du die Bestätigung, dass du doppelt geimpft bist. Und in das Land kommst du nur rein mit einem PCR-Test. Ah, okay. Das heißt, du musstest einen PCR-Test machen und doppelt geimpft sein, um hinzukönnen. Was natürlich im Endeffekt geil ist, weil es dann natürlich so sicher ist, wie es nur sein kann. Ja. Also besser geht es dann nicht, was Corona angeht. Ja, und dann bin ich da wohl mittwochs zum Flughafen in Frankfurt. 16 Uhr. Ich habe die Storys gesehen und dachte so, ey. Im Endeffekt wäre ja ein Slot frei gewesen, ne. Ja, aber kann man nichts machen. Ich habe es probiert. Ich weiß es. Ich habe beim Hüssin noch die Hand für euch ins Feuer gelegt. Also ich habe gesagt, ey, wenn noch ein Slot dabei ist, dann nimm doch bitte noch den Ali oder den Alex mit. Das wäre wirklich Killer. Ja, ging leider nicht. Sehr schade. Sehr schade. Also ich habe die Storys gesehen, war so krass. Da hätte ich sein können. Es sah halt geisteskrank aus. Es war geisteskrank. Also erstmal auf dem Hinflug habe ich noch einen Notausgangplatz bekommen. Das war sehr geil. Da hast du auch ein bisschen... Ich bin über Doha geflogen mit Qatar Airways. Bin dann sechs Stunden von Frankfurt nach Doha und von Doha nach Mali nochmal, ich glaube, vier, viereinhalb Stunden oder so. Wie war der Flug? War es okay? Also der erste Flug mit diesem geilen Notausgangplatz war sehr okay. Der zweite war schon nicht so geil. Das war schon eher anstrengend. Ich hatte auch einen Notausgangplatz, aber einen, der irgendwie sehr doof lag und dann da doch irgendwie nicht so viel Platz war. Und das Doofe bei den Notausgangplätzen ist auch, dass die gefühlt ein bisschen schmaler sind, habe ich manchmal das Gefühl. Okay. Weil die nicht nur so eine Lehne haben, sondern so ein durchgängiges Ding. Also so eine komplette Beschränkung vom Sitz. Und dann passt da mein fetter Arsch nicht rein. Und dann habe ich auch noch lange Beine und einen großen Körper und bin nicht schmal so. Und dann ist Fliegen meistens eine große Strapaze für mich. Super schmal. Aha. Da wird sehr kompakt gebaut. Naja. Ist auch scheißegal. Selbst wenn die mich da in den Frachtraum gesteckt hätten, wäre ich mit auf die Malediven geflogen. Also scheiß drauf. Malediven war aber geplant nur drei Tage Aufenthalt. Und da dachte ich mir, boah, zehn Stunden hinfliegen, dann nochmal irgendwie drei Stunden Aufenthalt in Doha und dann noch drei Stunden früher am Flughafen sein. Und dann ist es ja mit der Ankunft im Flughafen nicht getan auf dem Malediven. Weil das sind ja alles nur kleine Inseln. Das heißt, du musst dann nochmal eine Dreiviertelstunde, also erstmal haben wir noch eine Stunde auf unser Boot gewartet und sind dann nochmal eine Dreiviertelstunde mit dem Boot gefahren. Also das sind nochmal gut zwei Stunden. Das Ganze für drei Tage dann eigentlich. Das Ganze eigentlich für drei Tage. Und deswegen habe ich David und, also eigentlich habe ich die komplette deutsche Gruppe gefragt, ey, hat von euch noch jemand Bock? Wir verlängern einfach auf eigene Kappe. Wir fragen die Jungs von Rewoshi, ob die einfach den Rückflug später für uns buchen können, weil an welchem Tag die den Rückflug buchen, kann denen ja erstmal scheißegal sein. Kostet auch dasselbe. Und dann hat der Cengiz von Shisha Deutschland gesagt, ich bin dabei. Und dann haben wir gesagt, gut, dann hängen wir noch vier Nächte auf eigene Faust hintendran. Ja, vor allem David war sehr spontan, oder? Ja, David war nicht geplant. Egal, da komme ich da noch zu. Und dann waren wir auf dem Malediven. Und es gibt praktisch ein à la carte Restaurant, was gerade eh geschlossen war. Und dieses Gebäude hatte dann komplett Rewoshi. Und da hatten die dauerhaft halt eine Shisha-Station aufgebaut. Ach wild. Mit dem ganzen Tabak, mit Pfeifen, die du haben konntest. Aber wir hatten auch selbst. Im Hotel? Ja. Im Hotel, ja. Okay. Also, ich würde mal sagen, die Hälfte vom Hotel hat RewoCam schon übernommen. Weil es waren ja nicht nur die Handvoll Deutschen. Was du mir gezeigt hast, war, dass die Anlage von den Gästeplätzen her nicht so riesig ist. Also es ist jetzt nicht so... Boah, ich wüsste jetzt nicht, wie viele Leute da insgesamt reinpassen in das Hotel. Könnte ich dir nicht sagen. Aber es war schon viel von Rewoshi voll auf jeden Fall. Und es waren, wie gesagt, ja nicht nur die paar Deutschen. Ich glaube, wer war es denn von den Deutschen? Es war Nastja. Anita. Anita. David. Cengiz. Du. Ich. War da so ein Deutscher dabei? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war es. Die zwei Mädels und wir drei Jungs. Ja gut. Ja. Ähm, genau. Aber es waren noch sehr viele türkische Blogger da. Es waren noch spanische Blogger da. Es waren noch irgendwelche niederländischen Modepüppchen mit einer halben Million Follower da. Krass. Aber die hatten halt keine Ahnung von Pfeife, ne? Wie, was haben die... Ihr habt doch bestimmt auch mit den Türken und Spaniern so ein bisschen gequatscht. Ja, mit den Türken und mit den Spaniern bin ich wunderbar klargekommen. Nur mit denen... Was haben die so über die Shisha-Kultur bei denen erzählt? Also Spanien weißt du ja so ein bisschen, da hast du ja auch... Ja, Spanien kennt man ja mittlerweile. Ja, Türkei ist eigentlich ähnlich. Ja? Ja. Okay. Also, ich würde sagen, Türkei ist relativ ähnlich zu unserer Kultur, was Shisha-Rauchen angeht an sich. Einige sind schon jetzt auf HMD umgestiegen. Manche rauchen immer noch Tonkopf und Kamin. Aber was heißt immer noch? Die rauchen das halt lieber. Ähm, es gibt halt ein paar weniger Tabaksorten, ne? Klar. Sowas wie Holster, Hukain und so, das kriegst du da halt nicht. Aber ich meine, mit Adalia, Alfacher und Scherbetli und hast du nicht gesehen, haben die ja auch sehr gute Tabakmarken. Von daher... Passt das. Ja, und dann haben wir da schön viel Pfeife geraucht. Dann waren wir mit Haien tauchen. Das war... Stimmt, das habe ich auch gesehen. Geisteskrank. Wussten wir, dass wir die High-Tour machen, sind dann eine Dreiviertelstunde mit dem Boot rausgefahren und dann sagen die so, jetzt könnt ihr ins Wasser hüpfen. Dann ziehe ich mir so diese Taucherbrille an und dann ziehe ich mir so diese Taucherbrille an und den Schnorchel und ich gehe so ins Wasser und halte so den Kopf unter Wasser und dann schwimmt so ein 2 Meter High an mir vorbei. Dann bin ich wirklich erstmal wieder kurz aufs Boot, erstmal durchgeatmet, musste mich erstmal fangen, dann habe ich halt gerafft, okay, da schwimmen gerade 30 Menschen im Wasser und bis jetzt wurde noch keiner gefressen. Das wird wohl relativ safe sein. So, warum sollten die mich als erstes fressen? Ich sehe da wahrscheinlich für die Haie noch am bedrohlichsten aus oder am wenigsten einfach fressbar durch meine Größe, aber auch am nahhaftesten. Ja, aber das waren Ammenhaie, die fressen normal eher so kleine Sachen, so Krabben, Muscheln und so, so kleinere Sachen fressen die. Aber trotzdem hat das echt Überwindung gekostet, da ins Wasser zu gehen, ne, aber dann hast du dich irgendwann drauf eingelassen und dann bist du da wirklich in einem Schwarm von 20 bis 30 Haien rumgeschwommen. Also das war wirklich ein krankes Erlebnis, das ich glaube ich niemals mehr vergessen werde. Das war krank. Ich bin auch immer mit Delfinen tauchen, aber mit Haien ist glaube ich nochmal was ganz anderes. Also Delfine stelle ich mir cool vor, da hätte ich auch gar keine Angst gehabt. Irgendwie hatte natürlich dieser Faktor von dem Wissen über die Macht dieser Tiere einen gewissen Nervenkitzel. Du hast halt Respekt, weil du kennst halt Haie nur aus diesen... Das ist echt das Problem, ich meine es sterben mehr Leute durch runterfallende Kokosnüsse als durch Haie. Aber Hollywood hat uns so kaputt gemacht mit Jaws und Co. Du denkst, du siehst Hai und du warst tot. Ja, auch die ganzen Dokus, die darüber gibt. Ich meine, wir beim Blogger Meet waren wir ja die... Wir waren Team Doku. Team Doku hatten bei uns, wir haben uns ein Bett geteilt, weil wir dachten so, wir schnarchen beide und wenn, dann schnarchen wir uns gegenseitig an. Ja. Und dann haben wir vor dem Einschauen immer noch schön Dokus geschaut. Ja. Und auch wenn du weißt, dass Haie jetzt nicht unbedingt Menschen fressen, hört man natürlich immer mal wieder von den Unfällen, wo so ein Hai mal einen kleinen Probebiss in so ein Menschenbein reinmacht, weil er denkt, das könnte ja vielleicht eine Robbe sein oder so. Ja. Wie gesagt, wir sind da einfach zerstört von den ganzen Hollywood-Filmen. Aber ich hab mich dann drauf eingelassen und ich war dann da im Wasser mit den Haien und bin da fleißig rumgeschnorchelt und hab das Ganze auch gefilmt, hab da vielleicht schon eine Insta-Story gesehen. Und das war wirklich krank. Also es ist wirklich eine geisteskranke Experience. Wir haben noch einen Sunset Cruise gemacht, da wurde dann so ein Netz ins Wasser gelassen, wo du dich draufsetzen konntest. Das war auch sehr nice, das war auch schön entspannt. Da hab ich nur gesehen, dass du fast deine Hose verdorn hast. Ja, das war eine knappe Kiste. Fun Fact, die Hose hab ich ja dann danach verloren, nur nicht auf dem Sunset Cruise. Ja, ich hab die abends zum Trocknen aufgehängt, bin morgens raus, dann war meine Badehose weg. Perfekt. Aber das war am vorletzten Tag und dann bin ich einfach mit einer kurzen Hose ins Wasser gegangen. Scheiß drauf. Ja, aber ich brauch eine neue Badehose. Die schwimmt immer noch irgendwo im Indischen Ozean rum, ey. Die findet dann irgendwann einer und denkt sich, wer soll denn in so ein Zelt reinpassen? Die sind ja alle kleine auf dem Malediven. Die sind ja alle nicht groß. Ja, aber Rewashi Camp und auch die Tarsu, genau die Story mit David war noch. Am Tag der Abreise saß er dann da und dachte sich so, boah, gar keinen Bock heimzufahren, ey. Also hat sich der Dünit kurz einen Flug gebucht und hat auch noch ein paar Tage verlängert. Hätte er natürlich günstiger haben können, wenn er das direkt so gemacht hätte, aber ja. Ich hab nur die Storys verfolgt und dann hab ich gesehen so, okay, Cengiz und du wusste ich. Ja. Und dann Dünit fährt auch nicht mit weg. Hä? Hat er eine Auffassung, fand ich krass. Ja, der ist spontan einfach auch ein bisschen länger geblieben. Ja, sehr cool. Ja. Ja, aber Rewashi Camp, Malediven, geisteskrank. Also wirklich einfach geisteskrank. Also wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt, so einen Maledivenurlaub zu machen, dann macht das auf jeden Fall. Das ist wirklich atemberaubend. Also das glasklare Wasser, die türkise Farbe. Also es ist wirklich wie in einem scheiß Reisekatalog, nur dass du mittendrin bist. Und das war Wahnsinn. Ja. Und auf dem Heimflug hab ich mir noch was gegönnt. Ich hab dann den Check-in gemacht in der Katar-App. Ach so, ja. Und hab dann da gesehen, ich könnte für 400 Euro auf Business Class upgraden. Und da mich der Urlaub ja sowieso fast nichts gekostet hat, weil ja Rewashi eingeladen hat, hab ich mir gedacht, ich bin jetzt schon so oft geflogen und bin immer an diesem Business Class sitzen vorbeigelaufen und dachte mir jedes Mal, wie geil wär das, einmal Business Class zu fliegen. Und dann hab ich's gebucht. Und dann bin ich Business Class heimgeflogen. Holy Shit. Der Service, die Stewardessen, du drückst den Knopf, die steht sofort bei dir. Du kannst trinken, wann du willst. Du kannst trinken, was du willst. Das heißt, es gibt auch Cocktails und eine Weinkarte und alles und so viel du willst. Du kriegst erstmal einen schönen Champagner, während die anderen noch hinten in der Holzklasse dabei sind, ihre Koffer zu verstauen und so sitzt du schon in deinem gemütlichen Sitz und trinkst deinen schönen Champagner und so. Vor allem der Sitz ist ja auch total. Ja, gerade für mich als 2 Meter Mensch mit langen Beinen und so. Du hast ja alle Möglichkeiten, die du willst. Du kannst das ja einstellen. Du kannst es komplett zum Bett machen. Ja. Das ist dann für mich tatsächlich immer noch zu klein. Also ich kann mich nicht komplett gerade hinlegen, aber in so Embryo-Stellung mäßig kann ich mich da hinlegen. Das war saunice. Und ich bin ja auch über Nacht geflogen. Das heißt, es war ja auch mein Ziel, da gut schlafen zu können. Im Endeffekt habe ich nicht so viel geschlafen, weil ich natürlich auch alle Vorzüge der Business-Klasse nutzen wollte. Aber es war trotzdem, es war genial. Also ich bin jetzt auf jeden Fall verwöhnt fürs Leben. Sowas kann man sich natürlich nicht immer leisten. Nein, auf keinen Fall. Aber es ist halt schon, gerade für so einen Flug ist das schon was, wo man es auf jeden Fall überlegen kann. Ja. Und also es war jeden Cent wert, einmal diese Erfahrung zu machen, wenn ihr da auch irgendwann mal die Möglichkeit habt. 400 Euro für ein Upgrade ist tatsächlich relativ wenig Geld. Also meistens ist das doch teurer. Habe ich wohl einen guten Deal erwischt. Ich habe auch vorher natürlich im Internet gegoogelt. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Wie sieht das auspreislich? Und das war wohl sehr okay. Einfach geil. Einfach geil. Also als ich nach China geflogen bin, hätte ich es auch nicht missen wollen, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich nach China fliege, 12 oder 13 Stunden, und das in der Holzklasse, das wäre schon sehr, sehr anstrengend gewesen. Ja. Da ist es doch ein kleines bisschen angenehmer. Ja. Das war auf jeden Fall sehr, sehr wild. Ja, dann sind wir heimgeflogen und dann war ich krank. Und dann lag ich... Ja, da hat es mich... Ja, gut, aber man muss dazu sagen, die Erkältungswelle geht momentan komplett krank. Ey, fast jede zweite Person, die ich kenne, ist gefühlt krank. Ja, bei mir auch im Umkreis. Also jeder war entweder jetzt die letzten Wochen krank oder ist gerade krank. Ja, es ist krank. Ne, also bei mir war es auch so, ich war nicht wirklich krank, ich hatte so ein bisschen Halskratzen, aber ich war eigentlich eine Woche lang einfach nur nicht draußen, weil ich dachte, okay, mir geht es zwar nicht schlecht, aber ich will einfach keinen anstecken. Irgendwie mit einer Erkältung hat jetzt momentan eh jeder. Und mich hat es aber nicht so erwischt wie jetzt dich zum Beispiel, weil du lagst ja wirklich komplett flach. Also du warst ja zu Hause gefühlt die Hälfte des Tages auf der Couch wach und die Hälfte des Tages auf der Couch schlafend. Ich muss nur eins sagen, ich habe drei Tage keine Pfeife geraucht. Das heißt einiges. Exakt. Das heißt einiges bei dir. Exakt. Das war auch so, meine Benchmark war das eigentlich so, weil ich mit Leuten geschrieben habe und ich meinte so, ja, mir geht es nicht so gut. Pfeife kann ich auch rauchen, also mir geht es gut genug. Aber ich bin nicht zu 100% fit gewesen. Ja. Und ich war so krank, ich habe drei Tage keine Pfeife geraucht. Normal sagt ja mein Vater immer, wenn du erkältet bist und rauchst, dann dauert es sieben Tage. Wenn du erkältet bist und nicht rauchst, dauert es eine Woche. Ja. Und nach dem Motto lebe ich eigentlich. Aber da ging es mir echt so scheiße. Dann habe ich am vierten Tag versucht ein Köpfchen zu rauchen. Also erst mal was hatte ich. So wie die meisten, die das im Moment kriegen, diese Erkältungswelle, die da rumgeht. Ich hatte Schnupfen, Hals und extrem viel Schleim in den Atemwegen. Und dazu war ich halt noch extrem schlapp. Also ich hatte zwar kein Fieber, aber an manchen Abenden so leichte Gliederschmerzen. Und wirklich, ich lag auf der Couch und wollte Serie gucken und fange so an. Und nach einer Stunde penne ich ein und wache dann zwei Stunden später wieder auf. Dann war ich wieder eine Stunde wach und habe ich wieder zwei Stunden geschlafen. Und so ging es die ganze Zeit. Ich hatte dann wahrscheinlich wirklich so eine abgeschwächte Variante. Also ich war wirklich schon ein bisschen Hals kratzt und ich war halt schlapp wie sonst was. Oder dein Immunsystem ist einfach Killer. Ja. Oder besser. Ich lag halt zu Hause auf der Couch irgendwann und bin dann einfach eingepennt. Was eigentlich so auch mir nicht passiert. Ich bin so, ich bin wach und dann gehe ich pennen, dann penne ich. Ja. Same. Ja, ich habe dann die Zeit genutzt, um mal ein paar Serien aufzuholen, die ich verpasst habe. Ich habe Squid Game durchgeguckt. Ich habe Ted Lasso durchgeguckt. Was sagst du zu Squid Game? Fand ich geil. Ja. Fand ich geil. Also die Serie hatte hier und da mal einen kleinen Hänger. Also gerade die erste Folge war doch sehr schleppend. Ja, das stimmt. Und dann zwischendrin waren auch mal wieder so kurze Phasen, wo ich dachte, da hättet ihr ein bisschen mehr reinbringen können. Aber auf der anderen Seite finde ich, in diesen Phasen wurde so viel über die Figuren erklärt, wodurch du halt auch so diese Bindung zu den verschiedenen Figuren aufbauen konntest. Also ich finde, das macht es halt auch irgendwo aus. Bis du dann im nächsten Spiel verreckt bist. Ja, aber das macht es ja irgendwie aus, dass du halt diese Verbindung hast und dann lasst du die Figuren einfach sterben. Und du bist so, what the fuck, der ist jetzt einfach tot. So, die Experience kriegst du ja nicht ohne eine gewisse Bindung. Ja, das stimmt. Aber insgesamt, dafür, dass es eine koreanische Serie, oder gerade dafür, dass es eine koreanische Serie war, sehr geil. Ja. Fand ich cool. Auch die ganze Idee dahinter und so. Und Ende ist ja offen. Ja. Das heißt, Staffel 2 könnte kommen. Ich denke auch, dass sie kommen werden. Ich habe, meine Freundin guckt sehr, sehr viel koreanische Serien. Sie meinte so, dass bei den Koreanen irgendwie so Standard, dass die ein offenes Ende lassen, aber dann häufig keine zweite Staffel kommt. Ah, okay. Aber ich denke mal, dadurch, dass es ein Netflix Original ist, wird es... Und vor allem auch die erfolgreichste Netflix Serie ever. Wird es auf jeden Fall eine zweite Staffel geben. Da werden bestimmt einige was dran setzen, dass es eine zweite Staffel gibt. Also ich muss sagen, mittlerweile nervt mich sogar ein bisschen, weil ich kann die Memes nicht mehr sehen. Ich liebe die. Ja, mittlerweile, also am Anfang, ja. Ich kann nicht genug Squid Game Memes sehen. Mittlerweile ist es mir too much. Ich finde es geil. Also ich gehe auf Instagram drauf, egal auf welchem Account, ob privat oder Directly Account. Ich sehe gefühlt nur Squid Game Memes. Ja, das ist schon wild. Was wäre dein Rating? 1 bis 10 oder 0 bis 10? Boah, ich... Bei mir wäre es eine 8. Ich schwank auch zwischen 8 und 9. 9 sogar? Ja. Ui, das ist schon... Also ich muss sagen, ich habe die wirklich durchgewincht. Also ich habe die an einem Tag angefangen und ich glaube, 1 oder 2 Tage gespiegelt war ich auch durch. Also es war wirklich... Die erste Folge war schleppend und danach hat es mich komplett gecatcht. Danach hätte ich gekonnt, hätte ich sie wahrscheinlich am Stück durchgeguckt. Also ich habe sie an 2 Tagen durchgeguckt, die aber anderthalb Wochen auseinander lagen. Ich habe die ersten 3 Folgen geguckt vor den Malediven und die restlichen 6 habe ich dann geguckt, als ich wieder da war. Ich muss sagen, mich hat da Flo so ein bisschen geinfluenced auch, weil er hatte ja auch ein Blogger-Meet angefangen, die Serie. Boah, ich habe noch ein Thema, wo ich alle geinfluenced habe. Machen wir gleich als nächstes. Machen wir gleich als nächstes. Stichwort 18+. Ah, stimmt. Mhm. Flo hat die auf dem Blogger-Meet angefangen, hat dann schon gemeint, so die Jungs, die Serie am Anfang ein bisschen schleppend, aber wird dann gut. Dann sah ich so zu Hause und dachte so, eigentlich habe ich momentan keine Serie. Dann wurde mir das angezeigt und dachte so, guckst du das mal an. Guckst du mal rein? Genau. Hoppla ist durch. Ja. Ungefähr so. Oh, ich habe noch eine Serie, die ich absolut empfehlen möchte. You. Auch cool, die dritte Staffel. Habe ich noch gar nicht gesehen. Noch gar nicht, die ganze Serie? Nee. Sehr cool, sehr, sehr cool. Ich bin momentan auf einer anderen Serie hängen geblieben, die mir der Mo empfohlen hat und zwar Quantico auf Disney+. Hat er erzählt, ja. Super geile Serie. Worum geht es da? Im Endeffekt ist Quantico, da werden die FBI-Agents ausgebildet. Oh, wild, ja. Und das ist so eine zweiteilige Serie. Die spielt zum einen in der Vergangenheit die Hälfte der Serie in der Zukunft. Das sind immer so Zeitsprünge. Okay. Einmal in dem Ausbildungsding und einmal im Beruf dann, oder was? Jein. Also der Plot ist im Endeffekt, dass eine von, die Hauptfiguren... Aber nicht spoilern. Nee, also das, was am Anfang der Serie siehst, das erzähle ich dir jetzt. Okay. Aber dass du es halt verstehst. Und zwar wird eine FBI-Agentin verdächtigt, einen Anschlag verübt zu haben. Und dann wird so ein bisschen aufgerollt, warum sie es nicht war und der Weg dahin, warum sie es nicht war. Und das Ganze mit dem Hintergrund, in dem, was in der Ausbildung passiert ist. Und dann, dass du das so ein bisschen verstehst. Sehr, sehr krasse erste Staffel. Ja. Danach schwacht es meiner Meinung nach ein bisschen ab. Okay. Aber allein für die erste Staffel würde ich mir das auf jeden Fall angucken. Okay. Die Serie, die ich gerade noch erwähnen wollte, ist eine Apple Plus Original. Okay. Und zwar Ted Lasso. Ich habe mir am Flughafen, hat der Hamid von Shisha Messe, der ist auch mitgeflogen, hat er noch gesagt, er hat sich drei Folgen Ted Lasso runtergeladen. Und dann dachte ich mir auch, weißt du was, ich habe auch noch nichts auf dem Handy. Was ist, wenn es in dem In-Flight-Entertainment-System nichts gibt, wo ich Bock drauf habe? Ich lade mir hier auch mal die ersten drei Folgen runter. Heilige Scheiße ist diese Serie gut. Okay. Es geht um Ted Lasso, die Person, die ein American Football Coach ist, der dann in einen englischen Fußballverein geholt wird. Also wirklich Fußball, Soccer-Fußball. Und dann diese Mannschaft trainieren muss. Und den Weg, wie er das Vertrauen von dieser Mannschaft mit äußerst unkonventionellen Trainingsmethoden gewinnt. Und es ist so wholesome, es ist so schön, die Charaktere sind so toll. Ist es komplett fiktiv oder ist es auf einer wahren Begebenheit? Es ist fiktiv, soweit ich weiß, ist es komplett fiktiv. Das hätte ja auch sein können, dass man das irgendwie... Ich habe nichts von dieser Serie erwartet und ich wurde so abgeholt und ich habe mittlerweile auch beide Staffeln durchgeguckt. Okay, krass. Auch während ich erkältet war, dann nach den Malediven. Ich habe mir noch für den Rückflug, habe ich mir noch die komplette erste Staffel runtergeladen und dann daheim noch die komplette zweite Staffel durchgeguckt. So eine wunderschöne Serie. Ich habe die schon so oft erwähnt gehört, aber ich habe nicht... Also ich dachte einfach nur so, ah, Football-Coach, der dann Fußball macht, irgendwie so Fußball-Serie, gar keinen Bock. Hätte ich auch niemals drauf kommen, mir das anzugucken. Vor allem, du weißt ja auch, meine Begeisterung für Fußball so... Aber es geht gar nicht so primär um Fußball. Fußball spielt eigentlich nur ein kleines Nebenthema bei dem ganzen Ding. Und es wird auch eine dritte Staffel geben und Apple hat sich tatsächlich die kompletten Rechte an der Premier League gekauft. Das heißt, jetzt dürfen die auch die richtigen Namen und sowas verwenden, weil vorher waren die halt erfunden sozusagen. Wunder, wunderschöne Serie. Also wer Apple Plus hat, ich würde mir jetzt wahrscheinlich nicht... Es wird sich wahrscheinlich sogar lohnen, einen Probemonat für diese Serie zu machen. Ja, hast du nicht eh bei Apple-Geräten zwölf Monate gratis oder sowas? Ja, bei MacBooks sind es drei Monate, bei Handys sind es, glaube ich, zwölf Monate. Ja. Und bei iPad kriegst du auch. Also wenn du irgendein Apple-Gerät hast, kannst du kostenlos Apple-TV benutzen. Ich kann gerade sagen, weil dann werde ich jetzt mal starten und werde es mir mal angucken. Also meiner Meinung nach ist es das absolut wert. Ich fand die Serie... Also wirklich, ich habe nichts erwartet und für mich ist das eine 9 von 10. Krass. Ja. Ja, was... Wenn wir gerade schon bei Serien sind, kann ich ja noch gerade eine raushauen. Und zwar, nachdem ich Squid Game durchgeguckt habe, war ich so ein bisschen in diesem... Ich muss sagen, das Koreanische, ich habe es ein paar Mal bei meiner Freundin gesehen, habe mich jetzt nie so krass abgeholt. Mhm. Aber dann wurde mir nach Squid Game eine andere Serie, auch koreanisch empfunden, und ich dachte so, guckst du mal rein. Alice in Borderland. Oh ja, die haben wir angefangen. Ist auch eine Staffel. Eins und zwei Folgen haben wir, glaube ich, geguckt. Fand ich auch top. Also hat mir auch sehr gefallen. Also würde ich auch empfehlen, kannst du auf jeden Fall... Also ich weiß nicht, ob sie dich gecatcht hat oder nicht, aber ich... Das geht so. Okay, also mich hat sie auch gecatcht. Ja. Also ich fand's gut. Mir wollte die auch noch mal weiter gucken. Wahrscheinlich beiß ich dann da einfach in den semisauren Apfel und sag, ja komm, dann gucken wir das mal noch. Also ich find's... Mir hat Spaß gemacht. Also guckst du mal weiter. Bin mal gespannt, was du sagst. Ja, guck ich mal. Aber Ted Lasso würde ich dann, glaube ich, auch mal... Ja, ey, da bin ich gespannt, was du sagst. Weil also die Serie wirklich dafür, dass ich nichts erwartet habe, hat die mich so krass abgeholt. Ich glaub, wenn ich mit Quantico durch bin, werde ich mir das mal zu Gemüte führen. Für das mal, für das mal. So, aber jetzt Übergang zu dem, wo du alle geinfluenced hast, beziehungsweise wo du gezwungenermaßen alle geinfluenced hast. Also auch aufgepasst an alle Kollegen, die auch einen Blog haben, egal wie groß oder klein, oder an alle, die planen, einen Shisha-Blog aufzumachen. Es gab übrigens einen Vorreiter, der Ali, der hat das schon vor einer ganzen Weile umgestellt, hat aber noch keiner nachgemacht. Oder was heißt nachgemacht? Es ist noch keiner mitgezogen. Auf jeden Fall hatte ich letztens eine Meldung von Instagram bekommen, dass ich ab dem 25. Oktober keine Swipe-Up-Links mehr benutzen kann, beziehungsweise die neuen Sticker-Links, die übrigens scheiße sind. Das ist komplett beschissen. Egal, können wir halt nicht ändern, ne? Egal, egal. Ist so, wie es ist und fertig. Ja, lass das Thema einfach gar nicht anfangen, weil dann werde ich nur wieder getriggert. Auf jeden Fall wollten sie mir die schon deutlich schlechteren Sticker-Tabs jetzt auch wegnehmen ab dem 25. Und das werden sie auch. Also ab dem 25. habe ich de facto keinen Swipe-Up-Sticker-Link mehr. Müssen wir dann irgendwie anders lösen. Muss ich euch immer den Link hinschreiben oder so. Keine Ahnung, ist scheiße, aber ist dann so. Ich habe aber letztens einen Kontakt zu einer Person bei Instagram bekommen, also einem Mitarbeiter von Insta, dessen WhatsApp, also geschäftliche WhatsApp-Nummer ich dann bekommen habe, sodass ich mich bei Fragen zu verschiedenen Themen kurz bei ihm melden kann. Ich versuche seine Zeit so gut wie es geht nicht zu beanspruchen, weil ich denke, der hat bestimmt Wichtigeres zu tun, als einem kleinen Blogger zu helfen. Nichtsdestotrotz antwortet er immer super schnell und auch somewhat hilfreich. Also meistens macht er nicht das, was ich will, aber er gibt mir die Guidelines, wie ich das bekomme, was ich will. Weißt du, also er kann sich ja auch nichts aus dem Fleisch schneiden, aber er hilft mir schon, das dann umzusetzen. Wo er halt kann. Wie er halt kann, ja. Und zwar habe ich ihm dann halt geschrieben, so ey, hier, die wollen mir die Stickertabs wegnehmen, warum ist das so? Ich sehe nicht, welche Story dagegen irgendwelche Richtlinien verstoßen haben soll, wie kriege ich die wieder? Und dann meinte er, naja, wurde von dir mal ein Beitrag gelöscht? Und dann meinte ich, ja, es wurden welche gelöscht. Ich habe ihm dann den Screenshot geschickt und dann meinte er, waren die denn auf über 18? Und dann meinte ich, nee, aber es geht ja auch nicht um Tabak oder Alkohol oder irgendwas anderes, was Restricted Goods laut Insta sind. Und dann meinte er, nee, ist egal, steht zwar nicht genau so drinne, aber Shishas zählen da genauso zu, weil du die ja zum Tabakkonsum brauchst. Ich dachte mir halt so, Digga, auch Amazon lässt die zu, obwohl die nichts mit Tabak, ist ja auch egal. Letztendlich darf man sowas nicht zeigen. Und man muss seinen Account auf 18 plus umstellen. Und wenn man sich dann an die Richtlinien hält, dann bekommt man die Stickerlings auch zurück. Die Frage ist, in welchem Zeitraum, das steht jetzt noch aus. De facto ist mein Account und von vielen, vielen anderen, die dann auch mitgemacht haben. Also es gab da eine ganze Welle. Cengiz hat umgestellt, Shisha for Everyone hat umgestellt, Dönit wird umstellen, Dampfkeller hat umgestellt. Eigentlich fast jeder mittlerweile. Kassel hat umgestellt. Also es sind wirklich, also ich sage mal so, die Top 10 Blogger haben, glaube ich, alle umgestellt. Und das heißt, wenn ihr unseren Content auf Insta noch sehen wollt, dann müsst ihr einfach nur kurz bei Insta euer Alter eingeben. Die wollen da auch keinen Ausweis sehen oder sowas, außer man hat vorher einmal angegeben, dass man minderjährig ist. Dann muss man. Dann musst du es mit einem Ausweis bestätigen. Aber wenn ihr da noch nichts drinne stehen hattet und ihr über 18 seid, ihr gebt dann ein, dass ihr da 18 seid. Dann ist das kein Problem. Dann ist das direkt drin. Ihr braucht keinen Ausweis. Und dann seht ihr auch unseren Content ganz easy wieder. Ja. Ja. Ich habe keine Story zugemacht, weil ich hatte doch ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Weil eins oder zwei Tage, bevor du deine Story dazu hochgeladen hast, wurde bei mir ein Beitrag entfernt. Auch genau wegen den Richtlinien, wo ich dachte, hey, das ist einfach, das war der Ian-Post, wo ich dachte, ich habe da einfach nur Ian markiert. Ich habe da keinen Tabak beworben. Ich dachte, ich mache es ja eh nicht. Also es wäre ja dumm, wer das macht. Ist nämlich illegal in Deutschland. Und dachte so, okay, dann werde ich jetzt einfach direkt umstellen, bevor irgendwas noch passieren sollte. Ja. Und... Hast du den richtigen Riecher. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Hast du irgendwas Schreckliches gemerkt? Also... Nee, also ich muss sagen, ich merke es momentan. Also ich habe es seitdem, mein Beitrag entfernt wurde schon gemerkt, weil da Instagram meine Reichweite sehr hart eingeschränkt hat. Mhm. Aber das merke ich doch schon, aber jetzt von der, von dem in Anfangszeichen Shadowban, zu der Umstellung merke ich nichts. Ich hätte wahrscheinlich was gemerkt, hätte Instagram meine Reichweite nicht eh schon eingeschränkt. Okay. Ja, also ich kann sagen, meine Storyviews sind ein bisschen zurückgegangen. Ich hatte vorher so 20.000 Storyviews und jetzt sind es so 17.000. Ja. Also 3.000 Storyviews sind schon weggefallen. Was sind das prozentual? 3 von 20. 3 zwanzigstel sind... Sind 6? 15 Prozent. 3 zwanzigstel sind 1,5 Zehntel. Ach so, 3 zwanzigstel. Ja, nee, zwar, ja. Sind 15 Prozent. Ja. Ja. Ähm, ja, 15 Prozent kann ich in Kauf nehmen dafür, dass ich dafür meinen Account behalte. Das ist schon okay. Also ich meine, egal wie viel wegfällt, wir haben ja einfach keine Möglichkeit, ne? Also jeder, der das nicht ab 18 umstellt, der könnte früher oder später seinen Account verlieren. Genau. So, und wo halt bei mir eine Existenz mit dranhängt, gehe ich da kein Risiko ein. Ja, auf keinen Fall. Also das wird auch überhaupt keinen Sinn machen. Ja. So, du warst aber noch auf einem kleinen Event. Ja, und zwar war letzte Woche, glaube ich, war vom Chillout. Das ist auch eine Bar, wo ich sehr, also nicht so häufig ins Meer gehe, aber dadurch, dass ich diese Besitzer sehr, sehr gut kenne, gehe ich da auch sehr gerne hin. Ähm, gibt normalerweise, also falls ihr auch aus dem Raum rein einkommt und da vielleicht mal hingehen wollt, gibt hauptsächlich, äh, in Anführungszeichen Standardpfeifen mit, äh, Steinkopf und Kamin. Ich hab da ein Funnel vor mir stehen, deswegen, ich rauch da immer schön meinen Funnel mit AMD. Und die haben immer so ein paar Events. Also so, so allgemein haben die immer so ein paar Partys. Ist jetzt nicht so mein Fall, aber halt auch, ähm, so Turniere. Und da war jetzt... Turniere? Von was denn? Ja, die hatten einmal ein FIFA-Turnier gehabt und haben eigentlich jährlich noch ein Super-Smash-Turnier. Und das erste Mal war das, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren. Mhm. Und ich kann Smash nicht. Also, literally... Gar nicht. Ich hab das davor nie gespielt, nur ich hab das gesehen und ich wusste, so zwei Kollegen von mir, die spielen das sehr gerne und ich hab gemeint, Jungs, habt ihr nicht Bock, da mitzumachen? Und ich hab gemeint, ja schon, aber musst du auch mitmachen. Weißt du, okay, ich trainiere halt zu Hause ein bisschen. Oder was heißt trainieren? Ich spiel's halt ein bisschen, dass ich mich nicht komplett blamier. Hast mal ein bisschen auf alle Buttons gedrückt und gehoffst, dass was Gutes passiert. Ja, genau. Und deswegen machen wir da seit zwei Jahren mit und jetzt letzte Woche war auch wieder ein Turnier, sondern auch wieder zu dritt oder zu viert waren wir da, haben da teilgenommen und ja, es macht halt jedes Mal super viel Spaß. Also, es ist halt einfach... Wie spielt man denn mal eins gegen eins? Ja, genau. Es ist dann eine Gruppenphase. Also, ich glaub, es waren 20 Teilnehmer, waren dann in fünf Gruppen eingeteilt und dann Gruppenphase durch, also jeder gegen jeden und dann von Sechzehntel bis Finale. Geil. Und hast gewonnen. Nein. Also, ich muss sagen, die Gruppenphase hab ich zu Null sogar überstanden. Okay. Ich muss sagen, ich hab auch relativ viel geübt davor mit meinen Freunden und ich weiß nicht, wer sich von euch damit auskennt, ich hab Ridley gespielt. Du, hast du mal Smash gespielt allgemein? Ich hab absolut keine Ahnung davon. Also, Ridley und der Charakter, er fuckt halt einfach nur ab. Also, er macht halt Schaden, er nervt einfach nur und hab ich mich gesehen. Das für ein Turnier ist das auf jeden Fall von Vorteil, wenn du da allein psychisch deine Gegner schon zu Weißglut treibst. Und hat mir Spaß gemacht, hab ich ein bisschen mit dem trainiert und wie gesagt, Gruppenphase lief sehr, sehr gut. Der wurde sogar live gestreamt, also auf Twitch konnte man sich den sogar live ansehen und dann bin ich aber am 16. doch sehr schnell gegen den, am Ende dritten ist er, glaube ich, geworden, rausgeflogen. Ah, okay. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Also, ich muss sagen, es hat sich am Ende doch sehr gezogen, weil... Wie lange warst du denn da? Um 17 Uhr hat's gestartet und bis wir alle rausgeflogen sind, also der Letzte, der von uns drin war, ist, glaube ich, im Viertelfinale rausgeflogen. Und ich glaube, wir sind um kurz nach zwölf gegangen. Also, wir waren mehr als sieben. Okay, aber es geht ja noch. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst drei oder so. Ist schon sehr lange. Schon sehr lange. Definitiv. Nur in der Bar. Ich habe davor nur eine Sache gegessen, also ich war zwischendurch auch so, okay, langsam bräuchte ich schon irgendwas. Ja. Und ja, aber es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe auch wieder Bock aufs nächste Mal. Nice. Bin ich ehrlich. Ich finde, also, wenn ich dann mal die Zeit habe an dem Tag, ich weiß nicht, ich war an dem Tag, glaube ich, auch unterwegs, aber ich habe es in einer Story gesehen, dass es ist... Ich war Momera. Ach, das war Tia's Geburtstag. Tia's Geburtstag, genau. Ich habe gesehen, dass du da bist und auch, dass ihr streamt und ich dachte mir schon so, ah, wenn ich da irgendwann mal Zeit habe, dann komme ich auch mal vorbei. Ohne, dass ich mitzocke, weil ich kann das Spiel gar nicht. Ich weiß nichts über Smash. Aber einfach zum Zugucken und eine Pfeife mal rauchen, dann ziehe ich auch wieder ab, aber das würde ich mir mal angucken. Ja, ich wusste es auch nicht, aber das war halt wirklich so, das ist dann so ein Gruppendynamik gewesen, wo wir dann so eine WhatsApp-Gruppe erstellt haben mit uns drei Leuten. Mein Bruder macht noch jedes Mal mit und dann haben wir gesagt, komm, wir machen da jetzt einfach jedes Jahr, das sind glaube ich 15 Euro, die du bezahlst. Ja. Nimmst du mit. Ja. Für den Spaß machst du das. Und kannst ja auch ordentlich Pfeife beirauchen. Das auch und konntest sogar eine Pfeife gewinnen. Ah, war auch Preis? Ich glaube, die ersten vier hatten einen Preis. Ich glaube, die erste war eine Pfeife und danach waren noch so kleine Schiecher-Pakete mit Zubehör. Ah, cool. Ja. Das ist so nice. Das war, ist eine coole Sache. Also, ihr könnt auch gerne mal chill out, vorbeischauen, wenn ihr rein im Einganggebiet kommt. Ja. Sehr nette Leute. Weißt du, was nicht so eine coole Sache ist? Was ist nicht so eine coole Sache? Dass mein Auto kaputt gegangen ist. Die Ironie des Schicksals, ich fand es so gut. Am Tag, als Mia ihr neues Auto abgeholt hat, Mia hat sich einen kleinen Mazda 2 geholt mit Automatik und Sitzheizung, also Ausstattung ist schon gut. Ja, hoffentlich machst du nur nicht das dran, was in der Astoriate. Also, das wäre... Please don't. Mia will da so ein Plüschlenkrad dran machen und so Sachen. Ich finde es so schrecklich. Ich habe dich direkt in der Abstimmung unterstützt. Ich habe auch gesagt, ich würde zehn von sie in Rennen. Fast alle haben das in der Abstimmung gemacht. Naja, auf jeden Fall wollte Mia an dem Tag ihr Auto abholen. Dann hat ihre Mom gefragt, ob wir zusammenfahren, ob ich die beiden fahren könnte, damit die dann zusammen das Auto holen. Habe ich gesagt, ja klar, kann ich machen. Dann war es morgens um neun da, dann sind wir ins Auto gehüpft und sind losgefahren. Wir wollten das Ganze in Egelsbach abholen. Auch irgendwo Rhein-Main-Gebiet. Ja. Naja, sind wir da hingefahren und kurz vor der Auffahrt auf die Autobahn habe ich dann gesehen, dass mein Tacho hängt. 60 kmh, 2500 Umdrehungen und dann ist irgendwie nichts mehr passiert. Und dann, eine Minute später, ging kein Gas mehr. Also ich konnte Gaspedal durchdrücken, es ist nichts passiert. Der ist noch gerollt und der Motor war an und so, aber sonst ist nichts passiert. Dann bin ich rangefahren, habe ausgemacht, wollte wieder starten. Geht nicht. Einfach tot. Naja, dann habe ich mit meinem Papa telefoniert. Der konnte da leider gerade nicht. Der hatte was anderes sehr Wichtiges zu tun. Und dann habe ich den ADAC gerufen, dass die vorbeikommen. ADAC kam 50 Minuten später an. Auch ein sehr netter Kerl. Also wurde mir vom ADAC wirklich sehr gut geholfen. Da war ich auf jeden Fall froh, Mitglied zu sein. Und dann hat er direkt gesagt, das bestimmt die Lichtmaschine. Also der Generator, wie es eigentlich richtig heißt wohl. Dann hat er da so eine, hat er seinen Strom mit dran gehängt. Hat gesagt, probiere mal zu starten. Habe ich gestartet, ohne Probleme. Ging sofort. Dann hat er das wieder abgemacht. Dann hat er mir so eine Übergangsbatterie dran gehängt. Und hat gesagt, jetzt fahren wir so schnell, wie es geht, zu deiner Werkstatt. Und das habe ich gemacht. Und wenn ich so schnell, wie es geht, zur Werkstatt gefahren bin. Mein Onkel hat eine Werkstatt. Also nicht, mein Onkel ist der. Eigentlich ist der Onkel von meinem Papa. Aber in der Family ist der Onkel. Fertig. Ja, dann bin ich da so schnell, wie es geht, hingefahren. Dann parken wir so. Und dann sagt er so, Junge, bist du schnell gefahren? Ich so, hä, du hast mir gesagt, ich soll so schnell fahren, wie es geht. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass du so schnell fährst. Ja, du hast zu mir gesagt, so schnell, wie es geht, zur Werkstatt. Ich habe gegen kein Geschwindigkeitslimit oder sowas verstoßen. Und wir sind dann über die offene Autobahn gefahren. Also habe ich Gas gegeben. Naja, dann steht jetzt wohl das Auto bei meinem Onkel. Ich hatte die Wahl, entweder ich hätte eine Lichtmaschine gebraucht, vom Schrottplatz holen können für wahrscheinlich so 50 bis 100 Euro. Dann hast du aber keine Garantie. Das heißt, es könnte auch sein, dass sie dir nach 10.000 Kilometern wieder verreckt. Und dann war ich so, nee, also wenn wir das jetzt machen, dann hätte ich schon gerne so, dass es auch ein bisschen hält. Ich hoffe ja, dass der nochmal TÜV bekommt. Dann könnte ich hier noch ein bisschen länger fahren. Mai 2022 muss ich TÜV machen. Ja, jetzt haben wir eine für 200 Euro aus dem Zubehör geholt mit Garantie. Als ich die erste Story gesehen habe, dachte ich so, okay, das ist jetzt wohl der Zeitpunkt, wo du ein neues Auto holst. Ja, ich habe auch, ich saß dann, ich habe ja 50 Minuten, also Mia und ihre Mom wurden dann tatsächlich von dem Autohändler abgeholt. Sehr korrekt, dass er die abgeholt hat. Die waren noch zu Hause, bevor ich zu Hause war. Und da habe ich wirklich im Auto gesessen und habe gedacht, was mache ich jetzt, ne? Was mache ich jetzt? Bei Geschäftsleasing weiß ich im Moment nicht, gerade mit der 25-Gramm-Regelung, die kommt. Keiner weiß, wie sich das auf alles auswirkt und so. Und wenn man dann nicht weiß, wie viel Geld man im Jahr verdient, macht das dann jetzt so viel Sinn, für drei oder vier Jahre ein Geschäftsleasing abzuschließen? Wäre ich lieber vorsichtig. Dann habe ich halt überlegt, okay, was kostet so eine gebrauchte E-Klasse, die vielleicht ein bisschen neuer ist als meine? Ja, und habe schon damit gerechnet, dass ich jetzt bald 5.000 bis 10.000 Euro für ein Auto ausgeben muss oder so, was schon schmerzhaft gewesen wäre. Gut, was willst du machen, ne? Ein Auto brauchst du. Natürlich. Ja. Doppelt schmerzhaft, weil, anderes Thema, Mac. Ja. Naja, auf jeden Fall wird jetzt die Lichtmaschine repariert. Er guckt auch nochmal so über das Auto jetzt, wo es gerade bei ihm steht. Mein Papa hat zwei Autos, eine Limousine und ein Bus, also so ein Van. So ein, ja. Ja, so ein Viano, Mercedes Viano. Und da er halt nur eins braucht in der Regel, habe ich jetzt erstmal seinen Viano. Was tatsächlich für mich ultra praktisch ist. Weil du einfach alle Pakete reinpacken kannst. Genau, ich war ja noch bei Ikea und habe noch ein paar Sachen geholt, weil ich ja hier den Büroraum umgestellt und ummodelliert habe. Das hat den gar nicht gejuckt. Ich habe da so einen ganzen Ikea-Einkaufswagen rein und das Auto war so zu 5% voll oder so. Also das ist schon übel praktisch. Oder auch Papiermüll muss ich jetzt bald wegbringen. Da passt so viel rein. Das ist geisteskrank. Absolut geisteskrank. Ja. Und wo wollte ich jetzt als nächstes drauf hinaus? Genau, Auto wird repariert. Muss ich mal gucken. Wird wohl noch mal ein bisschen fahren können, hoffentlich. Ja, beziehungsweise den Kosten wolltest du noch auf den MacBook hinaus. Ja, genau. Apple hatte ja letztens ihre Keynote. Und ich habe ja schon länger den Struggle, dass mein PC das nicht mehr schafft, die Videos zu schneiden. Also er schafft das, aber das ist echt nicht angenehm, damit zu schneiden. Die Auslastung ist halt bei dir. Die Auslastung ist viel zu hoch. Und Apple hat die neuen Macs vorgestellt und die sehen sehr, 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 sehr vielversprechend aus. Und da habe ich reingepayt. Also ich switche jetzt bald für meinen Hauptarbeitsrechner von Windows auf Mac aufs neue MacBook Pro. Ich habe mir den Macs-Prozessor, den großen, geholt mit 64 GB. Das ist natürlich eine scheiß Stange Geld, aber man kann zum Glück dieses Jahr als Geschäftsausgaben Computer-Neuanschaffung noch komplett voll absetzen. Normal musste ja jede Geschäftsausgabe über 800 Euro über mehrere Jahre laut AFA-Tabelle. Das ist dann zum Beispiel eine Kamera musste über sieben Jahre, ein Computer musste über fünf Jahre und ein Auto über zehn oder was weiß ich. In der AFA-Tabelle steht, über wie viele Jahre du das abschreiben musst. Aber es gab dieses Jahr eine kleine Änderung. Dieses Jahr sind noch Neuanschaffungen an Computern komplett von der Steuer abzusetzen. Oder also kannst du, musst du, sollst du, was aber geil ist. Weil das heißt, dass ich im Endeffekt 19% Mehrwertsteuer bzw. Umsatzsteuer gehen eh direkt weg. Klar, die muss ich Apple geben, aber dafür muss ich auch 19% weniger Umsatzsteuer ans Finanzamt geben. Also wenn Apple jetzt, sagen wir mal, 1.000 Euro Umsatzsteuer bekommt. Es ist halt der durchlaufende Posten so. Genau. Ich bezahle die, aber dafür muss ich auch 1.000 weniger bezahlen. Das ist also egal. Das heißt, 19% sind schon mal direkt gespart. Safe. Und dann kann ich noch die restlichen, 45, also es kommt natürlich darauf an, was am Ende des Jahres mein Steuersatz ist, aber die Steuer habe ich natürlich auch gespart. Beziehungsweise kriege ich das gut geschrieben und muss das weniger von meinem Gewinn versteuern. Ergo, ich zahle dann auch weniger Steuern. Ja, und deswegen habe ich das gemacht. Und ich bin so gespannt. Der soll zwischen dem 29. Oktober und dem 2. November kommen. Nächste, übernächste Woche. Jeden Tag gucke ich in die App, ob sich da schon irgendwas verändert hat. Ich habe heute noch gar nicht geguckt. Wo ist denn mein Handy? Das muss ich jetzt einmal machen. Das weiß ich gar nicht. Das muss ich gleich einmal nebenbei machen und einmal gucken. Aber da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich wirklich große Hoffnung in diesen Rechner habe, dass der mir mein Arbeitsleben hier erleichtert. Und ich meine, der Computer ist eins von drei Geräten, was für mich am wichtigsten ist. Ich brauche eine gute Kamera, einen guten Computer und eine gute Kamera. Handy, Kamera, Computer. So rum. Ich fand, ich habe es auch gesehen, ich habe es bei denen in der Story gesehen und dachte so, okay, der muss gut sein. Allein, wenn du schreibst, shut up and take my money. Und für mich lohnt es sich leider nicht, weil ich habe mir erst letztes Jahr einen neuen geholt. Einen neuen MacBook Pro. Immer noch gleiches Datum. Oh, schlimm. Hat sich noch nichts verändert. Und da dachte ich, okay, es lohnt sich für mich nicht, aber es ist ein sehr, sehr geiles Upgrade. Also alleine für mich die Slots. Also, dass ich sagen kann, okay, ich kann meine... Die Anschlüsse. Ja, genau. Dass ich allein meine SD-Karte da einfach reinstecken könnte. Das ist, das nervt mich, glaube ich, momentan am Megameis. Es ist, also, ich hatte ja, als ich gehört habe, dass da die Apple Keynote kommt, hatte ich ja echt schon Hoffnung. Und ich habe ja wirklich viel gehofft. Und die haben alles erfüllt und noch viel krasser übertroffen. Also, es ist wirklich alles, was ich von diesem Ding haben wollte. Und noch so viel mehr. Der Prozessor ist geisteskrank. Die Grafik ist geisteskrank. Du hast direkt die und Encoder mit auf dem Chip, damit Videos, ein Schnittprogramm, flüssiger, die unencoded, also gelesen und auch geschrieben werden können. Der Bildschirm ist geisteskrank nice. Die Touchbar ist endlich weg. Du hast wieder einen SD-Slot. Du hast einen HDMI-Anschluss. Der Akku soll geisteskrank nice sein. Es ist wirklich das fucking volle Programm. Und da bin ich so hype drauf. Ich freue mich so auf dieses Gerät. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gehypt auf ein Technikprodukt war. Und ich bin ja schon so ein kleines bisschen Technik-Nerd. Kleines bisschen. Ihr müsst euch vorstellen, ich kam vorhin hier an und ich habe das Thema eingeschnitten. Dann hat Marv erstmal eine halbe Stunde Monolog über den Macbook gehalten, wie krass er denn ist. Halbe Stunde Vortrag. Dieses Macbook. Ich glaube, das war ausführlicher als die Keynote selber. Ja, in manchen Belangen bestimmt schon. Weil ich so ziemlich jedes Video, was es schon gibt, jeden Newsartikel, den es schon gibt, habe ich gelesen. Also ich bin da full on drin. Aber ich freue mich auch so hart auf das Gerät. Ja. Da freue ich mich drauf. So, erzähl mal, du warst noch unterwegs. Ich war auch noch ein bisschen unterwegs. Nee, also einmal war das, ich kann es zeitlich gar nicht mehr einschätzen. Mir kommt es auch schon wieder vor, als ob es eine Ewigkeit her wäre, dass wir auf dem Blogger Meet waren. Ich weiß nicht, ob das vor oder nach dem Blogger Meet war. Also Punkt 16 war nach dem Blogger Meet auf jeden Fall, weil ich war, äh... Das war nach dem Blogger Meet? Ich glaube schon. Ach, da warst du auf dem Malediven, glaube ich, währenddessen. Nee, weil David war ja dabei und der war ja auch auf dem Malediven, also kann das nicht sein. Da war das vor dem Blogger Meet. Also der Punkt 17 auf unserer Liste, das war ein, zwei Tage nach Malediven. Nee, ich glaube 16 war sogar vor dem Blogger Meet. Ja, kurz davor. Erzähl einfach, komm, ist ja egal wann. Dann wollten, äh, Mo und ich wollten irgendwas starten und dann habe ich gesagt, ja, ich habe heute Zeit, muss noch zum Friseur und meinte so, ja, David wollte eh noch rumkommen, lass doch einfach, äh, bei Shisha Union treffen. Da wollten wir eh hin und ich habe gedacht, ja gut, ich war auch länger nicht mehr mit Dennis, komme ich auch vorbei. Haben bei Dennis ganz entspannte Pfeife geraucht, ein bisschen gequatscht, äh, David hat noch Gewinnspielbilder gemacht, das ist jetzt mittlerweile auch schon rum, aber war ein sehr cooles Gewinnspiel, äh, ein paar Voodoo's. Und danach sind wir noch lecker Pizza essen gegangen, da, das, äh, direkt um die Ecke von, von Dennis ist ein Italiener. Wenn wir nächstes Mal da sind, müssen wir auf jeden Fall hingehen. Ja, bin ich schon bei. Super lecker. Ja. Und, ähm, danach waren wir noch entspannte Momera. War David das erste Momera, hat ihm auch sehr gefallen, da kamen noch ein paar andere, ich glaube der, hm? Ah ja, da bin ich ja dann noch dazugekommen. Stimmt. Momera haben wir uns dann ja noch getroffen, ja. Ja, doch, da haben wir uns auch noch getroffen, ja. Dann war Stefan war ja auch noch dabei von HookerPros. Ja. Waren noch ein paar Leute, da waren eigentlich halt die große Gruppe. Ja, da waren einige dabei, ja, ja. Ja, auf jeden Fall war, das war ein ganz entspannter, äh, Tag, Abend und nach dem Blogger-Meet, ähm, hat Flo... Ein, zwei Tage danach. Genau, hat Flo zu mir gesagt, hier Alex, ich will, äh, ich fahr zu Onel, hast du nicht auch Bock? Das ist okay, Onel habe ich noch nicht kennengelernt. Sortiment, haben wir schon aufgeregt, das ist geisteskrank. Hast, doch, du hast Onel einmal vorher kennengelernt. Doch, stimmt. Einen Abend im Omera. Ja. Ja. Aber halt mal ein bisschen, dass man mal da ist. Ja, ja, ein bisschen mehr quatschen und nicht mit zehn Mann im Omera und so. Und dann hab ich gesagt, ah ja, gut, ich hab an dem Tag nichts vor, fahr mal einfach mal für, für drei Köpfe und einen Abend nach Hannover runter. Man hat ja sonst nichts zu tun. Ja, man hat ja sonst nichts zu tun. Und, ähm, ja, Fahrt war, äh, sehr anstrengend. Also, das Verkehr war sowohl hin als Rückfahrt schlimm, wie sonst was. Aber bei Onel selber, da war an dem Tag, war das Smoky-Tasting. Wir konnten leider nicht zum Must-Have-Tasting bleiben. Ähm, das Smoky-Tasting war okay. Der Traum Münster ist eigentlich schlecht. Mhm. Ähm, äh, ansonsten haben wir uns sehr viel bei Onel selber bedient. Der hat ja ein paar Schätze da rumstehen gehabt. Von, von Element über... Ich kenn's ja auch nur aus den Storys, aber es sieht sehr, sehr gut aus, was der Onel da so für sich selbst und sein Team hat. Da waren noch ein paar nette Jungs dabei. Die, die hatten eine Tasche voll mit Tendier-Spektrum und alles dabei. Und da haben wir uns ja auch ein leckeres Köpfchen von gebaut. Ja. Und ja, da haben wir einen ganz entspannten Abend im Endeffekt bei Onel gehabt. Ja. Kam, glaube ich, um 17 Uhr an, saßen bis 3 Uhr morgens, glaube ich, bei ihm im Lager rum. Ja. Haben noch mit, äh, ein paar Jungs, da waren noch hier die Jungs von Komach an, waren noch dabei. Ähm, Hooker-Prinzessor, die Nina war noch da. Der, der Lukas von Aeon kam auch noch rum. Es war wirklich eine komplett durchmischte, coole Truppe. Und, ja, war ein sehr entspannter Abend. Wir sind dann auch im Endeffekt um, ich glaube, halb vier, vier sind wir ins Hotel eingecheckt. Und um neun wieder raus. Um neun wieder raus. Perfekt. Also hat sich auch top gelohnt. Absolut, ja. Das ist das Coole, mit dem Bus von meinem Papa kann man die Rückbank umlegen und kann da schlafen. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Ja, brauchst du kein Hotel. Nee, aber war ein sehr entspannter Abend mit Flo, hat eh Spaß gemacht. Und, ja, hat auch, hat mich auch gefreut, Onel zu sehen. Und ich habe mir natürlich einen Andenken mitgenommen. Und zwar einen neuen Stone. Einen Magnum. Also ich habe ja die Storys generell verfolgt, weil ich mag Onel ja sehr. Also ich habe Onel in der kurzen Zusammenarbeit, die wir haben, schon so ins Herz geschlossen. Übrigens, ich weiß auch nicht, wann die Folge kommt, aber es startet, also zumindest für die, die jetzt live dabei sind, am Sonntag startet ein schönes Gewinnspiel mit Onel zusammen. Ein dickes Gewinnspiel mit acht Pfeifen und mehreren Duscherköpfen und so. Also das wird sehr, sehr lecker. Dann mache ich aber auch gerade noch Werbung. Am Sonntag gibt es bei mir auch ein Gewinnspiel und zwar mit X-Hooker. Ah, wild. Ja. Mit was? Äh, zwei Division Nanos. Nice. Teil vergoldet. Oh, oh. Schmackhaft. Äh, Sleeve nach Wahl. Schmackhaft. Und zwei von neun HMDs. Uiuiuiuiui. Wild. Ja, aber auch nicht übel. Da könnte man doch auch mal ein paar Kommentare da lassen, sag ich mal. Also ich habe auch Tufan gesagt, ich habe die Pfeifen, kamen bei mir zu Hause an. Ich habe die ausgepackt, zum Fotos machen. Also da ist nur eine. Ich weiß nicht, wo die andere ist. Keine Ahnung. Du musst mir auch kein rücksehenden Label schicken. Ich würde die auch behalten. Ne, also da kommt auch was. Aber ohne ein super lieber Mensch, also auch als wir ankamen, er hat da Kratilose verkauft. Direkt aufgestanden, um uns zu begrüßen. Wollte uns auch direkt rumführen. Hat dann ein Kollege von ihm noch gemacht, weil er war halt auch die ganze Zeit voll. Ja, der ist dann natürlich nonstop am Start. Ja, aber so zuvorkommend, hat gemeint, hier, könnt eure Sachen da hinlegen, könnt ihr hinten Köpfe bauen. Schnappt euch was Gutes. Hat uns direkt einen Platz fertig gemacht. Also das ist so lieb. Also hat mich richtig wohl gefühlt. Ja. Ich lag während dem Zeitraum leider schon auf der Couch krank. und habe eure Storys geguckt und habe mir gewünscht, auch da zu sein. Aber selbst wenn ich gesund gewesen wäre, da war ich gerade den ersten Tag wieder von den Malediven daheim. Ich glaube, Mia hätte mir den Kopf umgedreht, wenn ich gesagt habe, so war ein schöner Abend mit dir. Ich fahre jetzt nach Hannover bis morgen. Wäre, glaube ich, nicht so nice. Und ich war natürlich auch einfach froh, wieder daheim zu sein. Ich habe auch, weil ich habe mit Unl da noch geschrieben gehabt. Ja. Und meint, so nimmt der Marv auch noch mit. Ich habe auch überlegt, dich zu fragen. Ich habe auch geschrieben, so ganz ehrlich. Oder hat mir geschrieben. Hat dir auch geschrieben. Ich habe ihm schon geschrieben, so ich glaube, der ist froh, wenn der Marv zu Hause wenigstens zwei Tage hat, vor ein bisschen runterkommt. Ja, safe. Nach dem ganzen, du warst ja wirklich Blogger-Meet, kurz zu Hause und dann wieder weg. Du hattest ja nicht mehr wirklich Zeit zu Hause. Ich meine, du bist ja reingekommen, direkt ins Umera gefahren und dann die Sachen fertig für Malediven und dann Abfahrt. Und sonntags habe ich noch gestreamt. Stimmt. Sonntags nach dem Miet im Umera habe ich noch gestreamt. Dienstags habe ich den aber ausfallen lassen, ansonsten hätte ich es gar nicht geschafft. Ja, aber da wäre ich auch gern gewesen. Das sah auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Aber ich habe was anderes Cooles gemacht, um da wieder einen hervorragenden Übergang zu spannen. Und zwar war Kinga, also Hukamigi, zu Besuch bei mir mit ihrem Freund Simon. Die jetzt auch krank da zu Hause liegt. Ja, ich frage mich echt, ob ich sie vielleicht angesteckt habe. Weil sie war ja zweimal bei uns. Sie wollte einmal Filmabend machen mit Mia und da lag ich halt krank nebendran auf der Couch. Also könnte gut sein, dass sie das von mir bekommen hat. Ja, aber das Komische ist, Mia hat gar nichts. Also Mia hat sich nicht angesteckt. Vielleicht hat Mia einfach das Überimmunsystem funktioniert. Ja, genau. Aber dann war sie zwei Tage später nochmal da, nach dem Filmabend mit Mia. Und dann hatte sie auch ihren Freundin Simon dabei. Auch ein sehr netter Kerl, der mich übrigens immer noch Formel 1 über seinen Sky-Zugang gucken lässt. Also mehr als so sympathisch. Und dann sind wir zusammen bowlen gegangen. So eine Viertelstunde von uns hier Häusen stammen. Da gibt es eine Bowlingbahn. Das ist Queens. Ja, da waren wir früher auch immer gewesen. Ja, ich war da früher immer donnerstags zum 1 Euro Bowling. Das war bei uns so dieser typische Spot, wenn Kindergeburtstage gefeiert wurden. Ha, geil, süß. Da waren wir, gefühlt jeder zweite Kindergeburtstag war im Queens im Bowling Center. Geil. Ja, hätte ich aber auch gefühlt als Kindergeburtstag im Nachhinein. Ja, und dann waren wir auch mal wieder bowlen. Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr bowlen. Aber es war so geil. Ich weiß gar nicht. Ich habe so Blut geleckt. Ich habe richtig Bock, wieder bowlen zu gehen. Highscore ist bei mir jetzt 190. Ich war auch Ewigkeiten. Ich habe keine Ahnung, welches das mal bowlen war. Packst du mal Mrs. Directly ein und dann gehen wir auch mal zusammen bowlen. Ja, machen wir. Vielleicht hat Matze noch Bock mit Frau oder so. Und dann machen wir nochmal einen schönen Bowling-Abend. Können wir gerne machen. Ja, das wäre bestimmt auch wild. Ich habe echt Blut geleckt. Ich will die 200 haben. Ich habe richtig Bock. Das war tatsächlich, wir haben, ich wusste gar nicht, also ich wusste, dass da Disco-Bowling gibt. Aber ich dachte, das wäre nur Samstags. Ja. Und dann holt Mia aus zum Wurf und im Wurf geht auf einmal das Licht aus und die Musik an. Mia sich natürlich komplett erschreckt. Die Kugel komplett gegen die Bande. Und dann war da auf einmal Disco-Bowling und du hast gar nicht mehr gesehen, wie du richtig wirfst. Also wenn du es nicht ansatzweise ernst nehmen willst mit dem Bowling, dann ist es natürlich cool mit dem Disco-Bowling. Aber ich bin da so jemand, mich packt dann da schnell der Ehrgeiz und ich will mich da verbessern und ich will da ein gutes Ergebnis produzieren. Und das ging dann einfach nicht mehr. Aber das war eh dann bei unserer letzten Runde. Da haben wir die zu Ende gespielt und dann sind wir auch gegangen. Ja, man muss geimpft sein, sich da kurz eintragen und dann braucht man aber auch keine Maske auf der Bahn und so. Also sehr entspannt. Wir nehmen uns so viele Sachen vor. Wir wollen noch Bouldern gehen. Bouldern, Bowlen und Snowboarden haben wir jetzt auf der Liste. Und Wakeboarden. Ja, Wakeboarden müssen wir eh warten bis zum Sommer. Und eigentlich wollten wir noch die Trampolin-Halle. Wollten wir auch noch. Oh, tschu. Die Trampolin-Halle. In den Superfly in Wiesbaden. Ja. Müssen wir auch noch machen. Geil. Oh ja, müssen wir machen. Wild. Ja, das war auch sehr, sehr nice. Und es gibt noch weitere nice News. Und zwar, für alle, die jetzt gerade den Livestream gucken, die sehen das auch schon. Ich habe gerade ein Shirt von Peekes an. Peekes ist eine Modemarke, die auch so ähnlich wie LFDY und Peso so Oversized Streetwear machen. Sehr coole Shirts, sehr coole Hoodies, wie ich jetzt herausgefunden habe. Weil die haben mir ein paar Sachen zugeschickt. Wir haben da jetzt eine Kooperation. Ich bin sehr happy. Wie gesagt, ich habe es ja jetzt schon häufiger erwähnt. Ich bin nicht gerade klein und leicht. Und XXL passt mir so geil. Also die Länge von den Sachen ist killer. Auch der Zip-Hoodie ist überragend. Und es gibt sogar Code SWG10 bei Peekes. Also an dem Stelle natürlich wieder Werbung. Genau, Werbung. Ganz wichtig. Geisteskrank. Man kann jetzt einfach mit Code SWG10 auch auf seine T-Shirts, Hoodies, Jogginghosen und andere Streetwear-Sachen sparen. Ich habe Peekes ja auch schon ein paar Mal gesehen und dachte so, okay. Das haben schon coole Sachen. Nur ich wusste halt immer bei LFDI, die Sachen, die ich da bestelle, die passen mir so, wie ich sie bestelle. Und bin ich happy mit. Genau deswegen bin ich auch nie, habe ich auch nie geswitcht. Ja, genau. Ich habe das auch bei Ali und Yannick gesehen. Genau, ja. Und habe dann aber nicht bestellt. Und dann meinten die, hier willst du nicht mal ein paar Sachen von uns probieren? Dann hast du ja die ganze Zeit da LFDI an. Und dann meinte ich so, klar, sau gerne. Also da bin ich da auf jeden Fall offen für. Und ich bin sehr überzeugt davon. Die Sachen sind jetzt aus der Sommer-Kollektion. Das heißt, die sind ein bisschen dünner von der Grammatur. Aber finde ich sauergenehmend. Und der Sippo, die, ich habe schon gar keinen Bock, den zu waschen. Ich will den einfach immer tragen. Ja, vielleicht hole ich mir auch mal so ein paar Pieces von denen. SWG 10 für 10% Rabatt bei Pieces.de Wird gemacht. Nichts bestellen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool. Da freue ich mich drüber. Das ist natürlich für uns immer, also eine Kooperation mit einer Pfeifenmarke ist die eine Sache. Ja. Ohne das jetzt irgendwie großkotzig zu meinen. Aber das ist man natürlich irgendwann zu einem gewissen Teil gewohnt. Also es ist mittlerweile für uns Alltag. Ja. Nicht, dass wir uns nicht drüber freuen, wenn man mit einer neuen Shisha-Marke eine Kooperation hat. Du darfst es nicht falsch aufnehmen. Die man mag. Ja, genau. Aber also, lass es mich einfach anders ausdrücken. Eine Kooperation außerhalb des Shisha-Bereiches ist für uns absolut unerwartet. Ja. Sozusagen. Und deswegen umso cooler. Und da freue ich mich drüber. Und dann war ich noch mit Mia unterwegs. Einen Tag bevor mein Auto kaputt gegangen ist, sind wir nämlich noch nach Wiesbaden gefahren. Da haben wir zwei Hersteller besucht. Einmal einen Shisha-Hersteller und Shop-Provider. Aladin. Wir waren bei Aladin zu Besuch. Ich habe mir eine Epox Pro geholt, die ich auch in Zukunft noch für euch testen werde, wo dann auch noch ein Video zukommen wird. Und danach waren wir noch bei Holster und haben uns immer ein bisschen durchs Lager führen lassen. Und da habe ich mir auch noch ein paar Sachen gekoppt. Da habe ich mir fast gedacht. Ja. Also ob du mich da durchs Lager lassen kannst oder nicht ein paar Sachen einpacken. Ich habe es dir vorhin schon erzählt. Ich bin jetzt auch, nächste Woche bin ich auch bei Aladin. Hätten wir eigentlich auch zusammen fahren können. Werde ich mir nämlich auch meine Epox abholen. Hätten wir das gewusst. Ja. Ja gut, jetzt ist es zu spät. Ja und gestern war ich dann noch bei, ne vorgestern war ich. Ne am Montag. Am Montag hat es angefangen. Ja am Montag hat es angefangen. Ich habe nämlich wie die Leute, die das Video jetzt gucken und Leute, die auch schon im Stream waren, die haben es auch schon gesehen gestern am Donnerstagabend. Also heute ist Freitag, wo wir das aufnehmen. Und zwar habe ich diese Woche den Büroraum ein bisschen umgestellt. Ich hatte ja die ganze Zeit zwei Schreibtische drin, weil sehr oft der Matze noch bei mir saß, der durch Corona auch sehr, also nur im Homeoffice war. Und daheim aber Frau und Kind sind und dann mit Arbeit ein bisschen schwierig. Und dann hat er gesagt, hier Marv, wäre doch geil. Sitzen wir zusammen im Büro, rauchen zusammen ein bisschen Pfeife. Ich mache meinen Kram, du machst deinen Kram. Habe ich gesagt, ist eine sehr geile Idee. Dann bin ich nicht immer alleine im Büro. Lass das machen. Und dann hatte ich hier zwei Schreibtische. Jetzt ist der Matze aber immer wieder auch in der Firma und immer seltener bei mir im SWG-Büro. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal Matze, wäre das für dich ein Problem, wenn ich deinen Schreibtisch wieder rausschmeiße? Dann habe ich halt direkt instant doppelt so viel Platz in diesem Zimmer. Und wenn du kommst, bist du natürlich trotzdem sehr gerne gesehen hier. Immer eingeladen. Dann hat es halt auch nach wie vor einen Schlüssel fürs Büro und so. Kann auch einfach kommen, wenn er will. Wäre das ein Problem für dich, wenn du dann auf der Couch arbeitest? Also auf der Couch sitzt und hat ja eh immer ein Laptop. Und von daher ist das kein großes Problem. Dann meinte er auch, ja, ist kein Ding. Mach das ruhig. Und jetzt habe ich umgestellt. Und jetzt hat man eine schöne Sitzecke mit Fernseher gegenüber. Noch ein paar Regale und sowas. Also wie gesagt, die Leute, die den Stream gucken, die sehen es ja gerade hinter uns. Und dann kann man da ganz gemütlich auch mal sitzen und eine Pfeife rauchen, wofür vorher nicht so wirklich Platz war. Es gab zwar eine Couch, aber das war jetzt nicht so super gemütlich. Ja, also was heißt nicht super gemütlich? Sie stand halt zweckgebunden da, sagen wir es so. Und jetzt sieht es halt wirklich gemütlich aus. Also du hast jetzt wirklich hier Platz. Davor war es ja sehr zugestellt, sage ich mal. In der Mitte noch das große Licht, was jetzt hier in der Ecke steht. Was den Raum einfach auch irgendwie erdrückt hat. Ja. Und das steht komplett in die Ecke gepresst jetzt. Und jetzt ist es wirklich richtig schön. Hier kommst du rein, hast hier deinen Arbeitsplatz. Da kannst du theoretisch noch mit Leuten hinsetzen. Ja. Da könntest du theoretisch auch noch eine zweite Stream-Ecke machen. Genau, das ist auch definitiv Plan. Da soll noch ein Mikro hinkommen, wo wir dann gemütlich auf der Couch sitzen können für den Shisha-Cast. Da soll noch eine Kamera gegenüber hin. Wie in den alten Zeiten. Wie daheim im Wohnzimmer. Ja, genau. Es ist mittlerweile so meine Man-Cave geworden. Ich habe auch gesehen, ich kam hier rein. Im Endeffekt sieht es genauso aus wie bei dir im alten Wohnzimmer. Ja, schon. Es sind halt auch dieselben Möbel. Weil ich habe mich wirklich in diese Ikea-Reihe verliebt. Das sind die Fjellbo-Möbel von Ikea. Die so ein dunkles Holz und schwarzes Metall mit so Mesh-Gittern haben. Die mich persönlich halt immer an die russischen Shisha-Bars erinnern. Ich finde es auch super schön. Ich liebe die. Sieht super gut aus. Aber du wolltest sie dir ja nicht mehr holen. Ja, das Ding ist, ich finde die super cool. Aber gefühlt hat die mittlerweile jeden. Sieht sie überall. Und ich bin dann der Nächste, der die auch bei mir rumstehen hat. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht, nee. Okay, nee. Weißt du, was auch okay vielleicht ja wäre? Ein neuer Kopf. Ein neuer Kopf. Ein neuer Kopf. Okay, bis gleich. Bis gleich. So, die neuen Köpfe sind gebaut. Ich fange diesmal einfach an. Ich bin mal so frech. Ich fange einfach an. Mach das. Ich rauche weiterhin auf der Breeze. Aber jetzt habe ich mir den Moon-X-Holster-Kopf geschnappt, die bald rauskommen sollen. Ich weiß nicht genau wann. Weißt du wann? Ja. Wann? Heute. Heute? Ich glaube schon. Ah. Bild. Ich habe immer gesagt, wenn mich Leute gefragt haben, bald. Also ich, warte. Ich muss schon mal kurz gegenchecken. Einmal kontrollieren. Bevor ich jetzt irgendwelchen Schwachsinn rede. Auf jeden Fall habe ich mir den Holster-Moon-Kopf gebaut, Kalout 1 Plus und einfach ein schönes, fluffiges Overpack-Gründchen-Grape 2 mit ganzem Minz-Shot. Das hört sich doch gut an. Ja. Und bei dir? Ich sehe da einen Stoney. Ich habe den Stone. Ich weiß immer noch nicht den Namen. Callaway? Callaway? Könnte ich dir auch nicht sagen. Blau mit schwarzen Streifen. Ich habe irgendwie einen Kopf Konfetti, aber das ist nicht Konfetti. Nee, Sparkles? Keine Ahnung. Auf jeden Fall einen blauen Stone. Gebaut habe ich auch Holster-Crabster.0 mit Mars-Kino-Cherry von Tangiers. Das mit dem Nacrani. Jetzt muss ich gucken, wo ich das geschickt habe. Ja, auf jeden Fall kommen die Köpfe bald raus. Also presumably heute für 2 Euro mehr, also 27 Euro, diesen Freitag released bei unserem Shop. Okay, und kommen anscheinend heute bei Holster raus. Sehr nice. Also wenn ihr den Cast hört, dann sollten die schon online sein. Sehr wilde Callaway übrigens dabei. Ja, also du meintest ja, du hast den bekommen. Ich habe den. Und du findest den nicht so schön? Ich finde die anderen, die im Regal stehen, finde ich krasser, weil die einfach so richtig rausstechen. Ich finde den mega schön. Also dieses blau, grau, schwarz finde ich saugeil. Ich finde den schön, aber ich denke mittlerweile nur noch in Fotos. Und ich finde für Fotos sind diese knalligen Farben da drüben halt geisteskrank. Ja, okay. Der Punkt mag stimmen. Ja, aber den finde ich sauschön. Ja, das sind unsere Setups. Damit geht es jetzt weiter. Und eigentlich haben wir auch schon alle Real-Life-Themen jetzt schon abgehauen. Eins noch. Eins noch? Welches? Ja, unser Essen. Oh. Ja. Da wurde ich nämlich auch geinfluenzt. Da hast du mehrere Leute geinfluenzt. Ich habe schon einige geinfluenzt. Ich habe da einen neuen Laden entdeckt, der nicht so weit weg ist von mir. Und der heißt Next-Gen Kebab. Und das ist an sich ein Dönerladen. Ja, im weiten Sinne. Im weitesten Sinne sogar. Ähm, weil, ähm, das sind ganz besondere Döner-Kreationen. Also ich hatte heute zum Beispiel den Green Velvet. Ja. Der ist mit Avocado-Creme, Rucola, ähm, und Limetten, Knoblauch, Minze ist auch noch drauf. Und dann noch, äh, Limetten-Joghurt-Dressing oder so. Also, die sind ganz besonders. Du hattest den Punisher. Ich hatte den Punisher. Das war mit, äh, Sucuk, Röstzwiebeln, äh, karamellisierte Zwiebeln, glaube ich. Und, äh, Honig-Sentfurst. Schon einfach pervers, ne? Also Dönerfleisch, Sucuk, karamellisierte Zwiebeln und geröstete Zwiebeln. Die Zwiebeln, das war brutal. So gut geschmeckt. Ja, mega geil. Ähm, ich habe tatsächlich die letzten drei Tage da bestellt. Die liefern auch noch. Man muss auch sagen, es ist sehr teuer. Also, wenn du an Essen bestellen denkst, ist es nicht sehr teuer. Wenn du an Döner, an normalen Döner denkst, dann ist es sehr teuer. Aber es ist ja auch ein besonderer Döner, genau. Ähm, also wenn ihr den probieren wollt, dann entweder noch schnell sein in Dietzenbach in Hessen, auch in der Nähe von Frankfurt, auch Rhein-Main-Gebiet. Ähm, da gibt es den Laden gerade noch. Also N-X-T-G-E-N-K-B-P, also praktisch wie Next-Gen-Kebap, ohne jegliche Vokale. Ohne jegliche Vokale, ja. Ja. Ähm, und da gibt es noch viel mehr. Es gibt noch einen Cheese-Lover und man kann sich das immer als Urban, also als normalen Döner. Dann als, äh, Bowl. Theoretisch. Ja, also es gibt auch einen Teller und es gibt auch eine Bowl. Bei Bowl ist es praktisch wie ein Teller ohne, also oft ist Salat, dann Dönerfleisch und dann das Topping, das du willst. Es ist wie diese fancy neuen Bowl-Dinger, nur halt mit Döner. Ich finde es brutal. Ey, es ist so lecker, boah, das mit dieser Avocado-Creme und der Minze und boah. Vor allem nachdem du mir jetzt gezeigt hast, will ich gar nicht, dass der weggeht. Ich will auch nicht, dass der weggeht. Aber anscheinend ist der Laden wohl ein bisschen zu special, um halt in so einer normalen Stadt Dietzenbach zu sein. Also alle aus dem Rhein-Gebiet, geht da jetzt mal hin, dass der hier bleibt. Damit der merkt, der muss hier bleiben, ja. Das ist ja ein Traum. Er hat auch noch den Berliner. Alle Berliner, bitte regt euch nicht auf. Das heißt nur so wegen dem bekannten Gemüse-Döner aus Berlin, weil da eben auch gebratenes Gemüse mit drauf ist. Und den hatte ich auch schon, das war einfach Killer. Ich hatte den letztens mal mit mir probiert und war so begeistert davon, dass ich dann auch allen davon erzähle und dann alle immer Bock haben, da zu bestellen. Das war am, äh, vor, vorgestern so mit Mike beim Möbel aufbauen. Das war gestern so, als der Andreas von Adalia zu Besuch war, der übrigens auch hin und weg war. Also der war auch absolut begeistert davon. Und dann habe ich dir von erzählt und da meintest du, ja, den willst du ja auch nochmal probieren unbedingt. Und da meinte ich so, naja, okay, wir können ja auch heute bestellen. Und jetzt habe ich dreimal in Folge bei diesem Döner gegessen. Aber durch diese ganzen verschiedenen Döner-Kreationen hast du halt auch immer irgendwie was anderes. Gestern hatte ich den Berliner, heute hatte ich den, äh, Green Velvet. Ja, und beim nächsten Mal muss ich den Punisher nehmen, das sah schon wirklich krank aus. Ich nehme den nächsten Mal, also den namensgebenden, weil der muss immer gut sein. Ja, true. Aber dann hast du ja eigentlich beim Andi revontiert, ne, mit Kebaplant. Ja, auf jeden Fall, safe. Ja, nur Adana fehlt leider, das haben sie nicht. Dafür müssen wir wieder nach Köln fahren. Ja, boah, wenn wir jetzt nichts mehr in Köln sind, auf jeden Fall Kebaplant, ey. Da führt kein Weg dran vorbei, aber da haben wir ja auch schon im ShishaCast drüber geredet. Und, ja, der Laden zieht aber leider nach Frankfurt in der Hoffnung, dass da mehr Leute Bock haben auf fancy Döner. Schade. Macht wahrscheinlich auch mehr Sinn. Ich will es nicht wahrhaben. Ja, aber... Ich will nicht, dass der geht. Ich will, dass der bei mir in der Nähe und bestellbar bleibt. Das ist halt brutal, dass du einfach bestellen kannst. Ich habe mich eigentlich schon darauf vorbereitet, dass du sagst, okay, dann lass kurz losfahren. Also ich sage, wir können bestellen so. Ja, die lieben dran. Dafür, dass er bestellt ist, war dann auch top. Also normalerweise sind die ja dann durchgeweicht. Durchgeweicht und matschig wie sonst was, aber der nicht. Ja, völlig fein. Ja. Und die Süßkartoffelpommes mit dem Dip waren auch total. Boah, generell die Pommes bei denen sind auch wirklich absolut kill. Ich bin wirklich traurig, dass ich den Laden jetzt gefunden habe, bevor er umzieht. Ja. Ich habe jetzt gefragt, wann die umziehen. Ich bin gespannt. Bis dahin muss ich noch viel Döner essen. Aber morgen vielleicht mal einen Tag Pause. Ja, mal gucken. Nimmst du mal ein Gemüse Döner? Ist genug Vitamine? Ja, bestimmt. Wegen frittiertem, gebratenen Gemüse. Sei nicht so kleinlich. Ja, aber ich glaube, das war es dann wirklich mit unseren Real-Life-Themen, oder? Ja, ich glaube auch. Dann kommen wir mal zu dem News-Segment, was heute so groß wie das Real-Life-Thema ausgefallen ist. So klein fällt tatsächlich das News-Thema aus, weil also A, waren wir beide viel unterwegs und B, war auch gar nicht so viel. Aber es kündigt sich jetzt gerade viel an. Stimmt. Ich glaube, in nächster Zeit kommen einige Sachen. Aber ich habe das Gefühl, das war voll viel vergessen, aber ich wüsste aber nicht, was. Nee, ich weiß auch nicht. Wir haben beide unsere Insta-Stories durchgeguckt, wir haben beide überlegt, aber irgendwie, weiß ich nicht. Punkt Nummer 1, News. Und wieder Werbung, teilweise wurden uns Sachen davon gestellt. Und News, vielleicht auch nochmal kurz vorweggegriffen, das sind jetzt die News aus den letzten zwei Monaten. Also falls ihr euch jetzt wundert, dass da so ein paar ältere Sachen dabei sind. Haben wir halt noch nicht drüber geredet. Und zwar als erstes, was ich sehr, sehr wild fand, allein die Kooperation und die Aufmachung, die Vyro X Novatec One. Ja, wunderschön. Und allein, also dieses Design, die Carbon Forged mit diesen roten Details, mit den Highlights, sieht einfach kille aus. Ja, ist wirklich wunderschön geworden. Also ich glaube, hätte ich mir nicht die Carbon Forged Gold geholt, wäre das sogar eine Überlegung gewesen. Also ich glaube, ich finde die Carbon Forged Gold trotzdem noch schöner. Ich auch. Aber die ist auch sehr schön. Also Novatec ist übrigens ein Tuning-Hersteller für Autos, vor allem Lamborghini, Rolls Royce, McLaren, Ferrari. Also so die absolute Creme de la Creme der Supersportler. Tune die normal. Aber auch Tesla, was ich sehr interessant finde. Aber da nur Optikpakete und so ein bisschen Fahrwerk noch und so. Ähm, und ja, die sind jetzt eben in eine Kooperation mit Aeon gestartet. Ich war sogar schon mal mit Aeon bei Novatec. Mhm. Und da haben wir uns auch in ein paar Autos gesetzt und die haben uns mal eine Führung gegeben. Und da haben wir da auch noch mit dem Junior-Chef ein paar Köpfe geraucht. Sehr, sehr netter Kerl. Also er hat sich wirklich sehr nett um uns gekümmert. Äh, hat sich auch darum gekümmert, dass wir da schön mit Pfeife versorgt sind und so. Ja, also sehr korrekte Leute bei Novatec, so wie ich das von meinem einen Besuch da kennengelernt habe. Und sehr coole Pfeife in Kooperation. Ist ein bisschen teurer. Ich glaube, ist 15 Euro teurer, aber es ist auch noch ein 10 Euro Schlauch dabei. Und somit zahlt man praktisch ein Fünfer drauf, dafür, dass man die Novatec Viro 1 hat. Dafür, dass es ein Limited ist. Ja, auch Limited, genau. Und das finde ich krass, dass nur so ein niedrigerer Mehrpreis ist für ein Limited Pfeife. Normalerweise bezahlt man für Limited fast immer 50 Prozent obendrauf. Und das finde ich sehr, sehr nice. Ja, finde ich auch wirklich gut. Also, ich meine, den Fünfer, wenn man dann wirklich unbedingt genau die will, dann hält einen, glaube ich, der Fünfer nicht auf. Nee. Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall dazu. Ansonsten noch eine Pfeife, die du schon hast. Ich noch nicht. Und zwar die Aladin Epochs Pro. Ja. Neues Modell aus dem Hause Aladin. Ein würdiger Nachfolger in der MVP-Reihe. Äh, und zwar ist das sozusagen die Konkurrenz zu Penta, Breeze, Motion, Kaif und so weiter. Ähm, hat 15 Blow-Offs? 10? 10. Ich komme da gar nicht mehr klar. Die schmeißen alle noch mit Zahlen um sich, wie viele Blow-Offs die haben. Also, ich meine, es sind 10. Ja. Es sind genug. Es sind sehr viele, ja. Mehr als genug. Äh, also allein, dass man 10 Blow-Offs in der Pfeife verbauen kann, finde ich schon krank. Ja, also man muss ja auch sagen, man muss dafür schon einiges umbauen. Also, das ist nicht mal eben umgestellt oder sowas. Man muss schon einiges umbauen, aber das kennt man ja mittlerweile. Stimmt, ein Mundstück ist auch noch dabei bei der Novitec. Stimmt, ja. Das haben wir eben vergessen. Kleines Mundstück, ja. Ja. Ähm, ja, die Pro, also die Epochs Pro ist praktisch jetzt der Nachfolger von der Epochs. Sieht auch sehr ähnlich aus, mit noch der Ausnahme, dass da noch ein Blow-Off-Ring mehr dabei ist und du noch andere Sleeves hast und so weiter. Ähm, ich habe sie noch nicht geraucht. Ich habe sie nur da. Ich habe sie aber bei David gesehen. Der hatte sie nämlich mit auf den Malediven, also bei Dölet. Ähm, sieht sehr, sehr krass aus. Und es gibt sogar jetzt einen Steckball-Adapter von Aladdin, was ich so geil finde. Endlich. Vor allem, die macht sich richtig gut auf Steckball. Ich habe jetzt schon ein paar Varianten gesehen auf Instagram. Finde ich super schön. Also, ich sehe das auch schon so auf einer Fan-Card oder sowas. Würde ich sagen, macht die sich gut. Ja, finde ich auch. Sehr gutes Ding. Freue ich mich auf den Test. Wird auch auf jeden Fall noch ein Review of YouTube folgen. Auch schön mit Cinematics und so. Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen hyped. Also, ich werde es mir ja nächste Woche abholen. Ich habe bis jetzt, der letzte MVP, die ich hatte, war die 360, die normale. Oh ja, da war ja noch einiges dazwischen. Ja, und da bin ich wirklich. Da war die A-Reihe und die Epochs-Reihe dazwischen. Sehr cool. Bin ich gespannt. Testen wir auf jeden Fall dann mal, würde ich sagen. Da werden wir wahrscheinlich im nächsten Stream dann schön drüber reden können. Aber wir haben noch was anderes. Ja, und zwar erst mal zu den neuen Sleeves von Case. Gab es drei neue. Gibt es bald drei neue. Ne, es sind aber drei neue rausgekommen. Ach so, ja, ja. Und dann kommen noch. Es kommen noch mal welche. Aber da kann man, glaube ich, noch nicht so viel sagen. Ich glaube, es wurde nicht so viel angeteast. Aber es kamen auf jeden Fall drei neue. Und es war einmal das Fuchsias-Lieb. Ja. Das habe ich mir gezogen. Das ist das Pinke. Dann gab es das... Cyan. Cyanic. Cyanic. Auf jeden Fall Blau. Genau. Und das... So ein Babyblau. Genau. Fast schon Türkis. Um es nach und nach immer genauer zu machen. Und wie hieß es? Ein Crimson war das Rote. Ja. Ja. Sehr schön. Ja. Also ich muss sagen, Fuchsia auf jeden Fall mein Favorit. Bei mir ist das Blaue. Habe ich mir fast gedacht. Wer hätte gedacht, dass es mir Blau gefällt. Ist ja nur bei allem immer im Hintergrund. Ich finde bei Pfeifen so dieses Pink. Ich finde, das hat immer was. Ich feiere auch die Candy von Ian. Ja. Ist ja auch super schön. Also ich bin nicht happy mit. Mach nur mal was her. Also gerade so von dem klassischen Schwarzen auf das Pinke. Ja. Und es wurde ja auch die Stainless Steel, wurde ja auch schon angeteast. Mhm. Und das, da bin ich auch sehr, sehr hyped. Ja. Da bin ich auch mega hyped. Ich finde, die Pfeife sieht so geil aus. Äh, Joshua und Janik haben die ja jetzt schon häufiger mal in den Storys angeteasert. Hatten sie auch einen Vlogger-Meet dabei gehabt. Boah. Also die Full Stainless Steel von der Case sieht noch mal so viel geiler aus als die normale Case. Geisteskrank. Freue ich mich extrem drauf. Ja, safe. Ja. Und wo wir gerade bei Full Stainless Steel sind, können wir eigentlich auch noch kurz noch mal was zu der neuen Base von der Mose sagen. Die Breeze 2 war ja immer so aufgebaut, dass es die Plus-Series gibt, wo Produkte kommen, mit denen man seine Breeze erweitern kann. Das waren zum Beispiel die Sleeve-Sets und jetzt ganz neu auch mit dabei eben eine Edelstahl-Base. Haben sich ja viele Leute gewünscht, dass da eben nochmal eine Edelstahl-Variante bei der Breeze rauskommt. Äh, ist zwar keine Edelstahl-Variante rausgekommen, aber du kannst das letzte Pommenteil an dieser Pfeife jetzt noch tauschen und dir für happige 40 Euro eine Edelstahl-Base holen. Ich kann mir vorstellen, wenn du so ein Ding einzeln produzieren lässt, einzeln verpacken lässt, dann rüberschicken lässt aus der Produktion und bis das dann online ist und verpackt ist und verschickt ist, dass du deine Mitarbeiter bezahlt hast, die Steuern bezahlt hast und dann noch ein bisschen Gewinn haben willst. Ja, ist halt die Frage, ob man es günstiger verkaufen kann als Firma, als Endkonsument, denkt man sich halt einfach, uff, Pfeife für 150 Euro und eine Base alleine 40 Euro obendrauf. Schwierig. Nichtsdestotrotz finde ich es absolut wert, das Geld. Ich habe es gesehen und ich will auch unbedingt eine haben, ne? Das ist ein Traum. Ich war leider zu spät, die war ja in Ausverkauf. Eine Stunde. Eine Stunde hat es gedauert und dann war es weg. Ich weiß auch nicht, wie viele es waren, aber boah. Es war auf jeden Fall extrem schnell und ich habe am gleichen Tag sogar noch den Moritz angerufen und habe gemeint, hier, da hast du vielleicht noch eine. Und Moritz auch, nope. Genau. Scheiße. Dumm gelaufen. Ja. Aber ich finde, dieses Stainless-Steel, das sieht einfach wunderschön aus. Ja. Das will ich auch empfehlen. Also ich finde, das wertet die Pfeife nochmal so unglaublich krass auf. Das ist der Wahnsinn. Ja. Soll auch wiederkommen. Ähm. Ja, genau. Ist auf dem Weg. In ein paar Wochen hieß es. Man kann es, genau, man kann es nicht genau sagen. Ja. Ja, ist halt im Moment alles ein bisschen schwierig mit Versand. Immer noch durch Corona und so und allgemein der Weltmarkt ist ganz schön auf den Kopf gestellt. Aber es soll auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen. Hoffen wir, dass es schnell geht. Ja. Es soll auch noch was kommen, das eigentlich schon gestern Abend bei mir sein sollte, aber es leider nicht mehr ganz geschafft hat. Und das ist ein neuer HMD. Und zwar von X-HUKA. Ja. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wir haben bis jetzt nur Bilder gesehen. Es hat ihn noch keiner getestet, noch keiner in der Hand gehabt. Meiner ist zum Glück auch auf dem Weg. Ich bin super gespannt. Ich hoffe, der liegt vielleicht sogar schon zu Hause bei mir rum. Meinst du? Wäre cool. Also ich glaube, Mittwoch kam die Benachrichtigung bei mir, dass er auf dem Weg ist. Das kann nicht sein, weil gestern Abend war das Paket noch nicht vom Zoll da. Also der kann nicht früher verschickt worden sein. Er meint, er hat schon welche da. Dann war das vielleicht ein Prototyp. Das kann sein. Ja, aber nicht der fertige. Ja gut. Weil die waren gestern Abend noch nicht bei ihm. Ach so, also ich habe Mittwoch eine Benachrichtigung bekommen, dass ein Paket oder nicht ist. Dann hat er dir vielleicht ein Prototyp geschickt. Das kann ich auch sagen. Ja. Ich frage nochmal. Auf jeden Fall neue HMDs aus Edelstahl für 24,90 Euro. Was absolut krasses. Das ist geisteskann. Also wenn das Ding auch nur annähernd so gut ist wie der Nacrani und das für einen Zehner weniger bei 35 Euro normal. Boah. Ja gut, ich glaube 35, 32 glaube ich, oder? Oder 35. Nacrani 35. Wenn man dann halt 3,50 Euro mit Directly 10 oder SWG 10 spart, ja. Aber das gibt es ja auch bei Exoka. Mit Code Directly 10 oder Code SWG 10 kannst du auch nochmal 10% beim... Auf die 25 Euro sparen. Also nochmal 2,50 Euro weg. Also hast du dann für 22,50 Euro hast du dann einen HMD. Aus Edelstahl. Und das wäre schon geisteskrank. Und der sieht schon nice aus. Er ist relativ nah am Nacrani, finde ich. Nicht vom Design an sich, aber von der Funktionsweise her. Die Frage ist natürlich, wie willst du einen HMD groß von der Funktionsweise anders? Durch die Einschränkung vom Patent von Calout hast du gar nicht so viele Möglichkeiten. Also von daher, ja. Ist immer die Frage, wie willst du das machen? Aber allein, dass sie sagen, okay, wir machen HMD, wir machen aus Edelstahl. Und dann noch für den Preis. Top. Also ich hoffe einfach, dass er wirklich für mich den Nacrani nicht ablösen kann, aber gleichwertig ist. Aber dann würde er den für mich ablösen. Ja, safe. Aber ich hoffe einfach, also ich weiß nicht, was ich am Nacrani besser machen würde. Ja. Aber ich hoffe, dass... Nee, er muss so gut werden wie der Nacrani. Und dann einfach, dass er vom Preis her einfach besser ist. Und dann gewinnt er nicht über bessere Leistung, sondern über einen besseren Preis. Genau, genau. Das habe ich. Und es gibt den drei Farben. Ach, da bin ich sehr gespannt. Ja, boah, und die sahen echt schön aus. Silber, Gold und Rainbow gibt's. Ja. Das sah echt schön aus. Also gerade der Gold, boah. So, weiß ich nicht. Die goldene Aeon, der weiße Alpaka und dann noch der goldene HMD drauf. Boah, Feierabend, ey. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe die ganze Zeit so die Ausrede gehabt für das... Ah, das haben wir vergessen. Es gibt neue Inward-Rauchzahlen von Aeon. Ah, tschu. Und zwar habe ich die ganze Zeit überlegt, eigentlich hätte ich gerne die Carbonforged Gold raus sollen. Aber ich wüsste kein Setup dafür, wie ich das baue. Aber jetzt mit dem goldenen HMD, dann hätte ich ein Match. Da würde es eigentlich schon fast Sinn machen. Du denkst schon wieder in Insta-Post, Alex. Und da würde ich mir die sogar fast auch noch holen. Ja. Oh, ist schon wild. Ja. Coole Möglichkeiten auf jeden Fall. Ich habe noch eine sehr besondere Pfeife bekommen letztens. Sorry, dass ich dich gerade noch unterbreche. Kalaut 3. Holy Shit, 27.10. Ja. Lasst uns alle beten, dass das Ding nicht so ein Flop wie der Kalaut 2 wird. Der Kalaut 2, ein wunderschöner HMD, der aber von der Funktionsweise her... Für einen Kopf gemacht wurde. Ja. Ja. Nur für den Kalaut Samsaris gemacht wurde. Und auch nur darauf halbwegs läuft. Für die Mami-Boll. Ja, gut. Auf der Mami-Boll kannst du ihn auch benutzen. Hast aber keinen Vorteil gegenüber dem Kalaut 1+. Ansonsten kannst du ihn nicht benutzen. Ja. Ansonsten durch den Ring, den der unten hat. Genau. Es gibt viele Leute, die haben den dann abgeschliffen. Einen HMD für 80 Euro kaufen und dann da dran rumschleifen. Schwieriges Thema, finde ich. Das sollte dann so funktionieren. Ich bin so gespannt. Also wenn das Ding geil ist, dann bestelle ich direkt 10. Dann wird ausgestattet. Ich bin... Noch mehr Steuern sparen vom Jahresende. Du weißt. Ich bin sehr gespannt, vor allem weil ich halt wirklich vom Kalaut eigentlich komplett weg bin. Also ich benutze Kalaut gar nicht mehr. Ich benutze nur noch eine Kranke. Vielleicht wird es ja Edelstahl. Habe ich mich auch schon überlegt. So, ob die jetzt auch auf den Zug gehen. So, wir machen jetzt auch Edelstahl. Ich weiß. Alu-HMD haben sie eigentlich durchgespielt. Ja. Was willst du am Kalaut 1 Plus noch verbessern? Ja. Der ist hervorragend. Könnte es irgendwie noch dafür sorgen, dass die Kohle noch ein bisschen mehr Luft kriegt. Weil sie doch, wenn die Kohle nicht absolut on point ist, geht sie aus. Ja, das wäre eigentlich nur ein Update und keine Revolution. Das wäre ein Tracelift von 1 Plus. Ja, das wäre ein 1 Plus Plus. Naja, Kalaut 3 soll kommen. Wurde angekündigt von Kalaut selbst. Der Alex stirbt gerade wieder wegen meinem schlechten Joke. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, das Ding wird gut. Ich bin gespannt. Ja. Was ich aber gerade erzählen wollte. Ich habe eine neue Pfeife bekommen. Zur Verfügung gestellt von Shisha Dome. Eine sehr ausgefallene, nicht günstige, aber äußerst besondere Pfeife. Und zwar ist das die Chicava Minigun. Wenn ihr die noch nicht kennt, dann googelt jetzt auf jeden Fall mal, wie die aussieht. Weil das Ding, der Name ist Programm, kann man sagen. Ja, safe. Also abgesehen vom Tauchrohr nach unten, was die Rauchsäule angeht und die Mündung oben, sieht das Ding wirklich nach einer Minigun aus. Du hast in der Mitte eine Rauchsäule und außenrum hast du, glaube ich, noch 6 oder 8 Rohre, die hochgehen. Und die sind dann auch gleichzeitig der Blow-Off nach oben raus, was krank aussieht. Sie kostet halt 480 Euro. Es ist halt ein Sammlerstück. Es ist ein Sammlerstück, ein Liebhaberstück. Das ist für die paar Leute, die sich denken, das ist genau meins und genau diese Pfeife will ich haben. Die werden damit auch happy. Für die anderen wird das wahrscheinlich zu viel Geld für eine ansonsten sehr normale Pfeife sein. Finde ich, es passt aber sehr gut zu Chicava. Weil ich finde allgemein, Chicava ist eine Pfeife, die holst du dir, weil du sie unbedingt haben willst. Auch das mit der Autofeder. Das ist keine Pfeife, die du dir holst, weil du einen Preis-Leistungs-Liga haben willst. Oder weil du... Nicht mal, weil du eine coole russische Pfeife haben willst, sondern einfach nur, weil du die Pfeife willst. Weißt du, wo ich die irgendwie sehe? In so einem Ami-Gun-Shop. Ja, safe. Wo so ein Typ, hinter der Theke steht, der gerade 3 AKs und 2 M4 verkauft. Und dabei will der halt noch ein bisschen Tangiers quarzen. Und das raucht dann natürlich in seiner Chicava-Minigun. Ja. Und deswegen, also ich finde, es passt sehr, sehr gut zu Chicava. Es ist halt wirklich ein einzigartiges Sammlerstück. Und wirklich nur für die Leute gemacht, die sagen so, das ist genau das, was ich haben will. Das kannst du nicht rechtfertigen durch Preis-Leistung oder sonst was. Der Plof ist geil. Es ist viel Material, aber 400 Euro ist halt eine Ansage. Ja, definitiv. Ich kann auch eine kleine Sache anteasern, aber wirklich nur anteasern. Bei mir ist eine neue Pfeife angekommen, zu der es auch sehr bald ein Review geben wird. Ich aber noch nicht mehr sagen darf. Ja, deswegen habe ich den Punkt auch gekonnt übersprungen, weil ich wollte da nicht zu viel zu sagen. Na, ich kann schon sagen, dass sie da ist. Ich darf nur sonst noch nichts sagen. Achso, okay. Die KFS 2 steht bei mir im Studio und wird demnächst auch bei SWG vorgestellt. Coole Pfeife, coole Neuerungen. Was genau, da müsst ihr euch noch überraschen lassen, weil mehr darf ich auch schon nicht sagen. Das war es leider schon zu dem Thema. Ihr wisst, dass sie da ist. Ja, es kam noch eine coole Kleinigkeit raus, die auch hinter mir im Regal steht, die man aber gerade nicht sieht. Und zwar kennen wir ja alle schon die Kooperation von Oblaka und Duscha. Oblaka, oder? Oblaka, Oblaka, Oblaka. So ein bisschen so ein AO-Ding. Ja. Oblaka und Duscha. Genau. Oblako und Doscha. Und zwar hatten die ja schon in Kooperation den schwarzen Oblaka-M rausgebracht und auch die Killer Bowl. Sehr schöne Farben und da haben die sich gedacht, machen wir doch nochmal was, das kam ja so gut an, da wollen wir nochmal ran. Und jetzt gibt es den nicht nur in komplett schwarz, sondern auch in komplett weiß. Wunderschön, oder? Wunderschön. Also der, der, wir haben ja von Shisha Union aufs Blogger Meet noch ein Päckchen bekommen. Und da war ja auch der weiße Plako Killer Bowl dabei. Wunderschön. Also auch wenn ich den zu Hause rauche, es passt einfach gerade so auf so schwarz-weiß Setups. Ja. Perfekt. Das ist wunderschön. Sind natürlich auch wieder relativ teuer. Die waren im Handel so zwischen 40 und 70 Euro. Also mit 40 und 80 hast du eigentlich alles dabei gehabt. Ja. Ohne hatte sie für 45, aber mit SWG 10, dann warst du auch wieder ungefähr bei den 40. Ja. Ist nicht günstig, aber ich sag mal für Sammler, die ihre Köpfe-Sammlung oder Oblaku-Sammlung ein bisschen erweitern wollen, war das schon okay. Und es gibt tatsächlich relativ wenige sehr schöne weiße Köpfe, die auch noch gut funktionieren. Oblaku ist zwar so der Standard, aber Standard muss ja nicht schlecht sein. Standard funktioniert halt auch meistens ganz gut. Gut, da vielleicht noch kurz auf ein Thema zu schwenken. Ich habe ja letztens bei mir eine Fragerunde auf Instagram gemacht und habe so die Community gefragt, was sind denn eure Lieblingsköpfe und Lieblingspfeifen. Und da war ich wirklich sehr überrascht, was bei den Köpfen rauskam. Und zwar der Lidlip war der erste Platz. Ja, ist krass. Aber der Lidlip war auch ein Preis-Leistungs-Wunderwerk in schönen Farben, immer verfügbar. Es war top. Platz 2 der Hyphen fand ich auch sehr wild. Also alleine, also in den Top 10 waren Hyphen dabei, Wandenberg und Stone. Und der Gravel. Ja, wobei ich das nicht verstehe. Den Gravel muss ich sagen, rauche ich momentan auch wieder viel häufiger. Also das macht echt Spaß. Also mir macht der keinen Spaß. Also dann würde ich mir auf jeden Fall immer lieber einen von den anderen Köpfen schnappen, sagen wir es so. Ich würde den Stone auf jeden Fall auch vollziehen, den Hyphen, aber ich rauche den Gravel auch momentan häufig. Okay. Und Oplaco war, glaube ich, nur Platz 3. Ja, aber ist doch super. Ja, Formen, Oplaco und Hyphen fand ich schon hart. Ich finde eher Lidlip hart. Also der Hyphen ist für mich keine Diskussion wert, dass der besser ist als der Oplaco. Das ist für mich ganz klar. Also das Material, das Ausgangsmaterial ist tausendmal besser. Die Colorways sind schöner aus. Die Performance ist super. Hitzeeigenschaften sind hervorragend von dem Ding. Ich muss sagen, für mich ist der Hyphen auch immer noch mein Lieblingskopf momentan. Ich rauche ihn auch sehr gerne. Das Einzige, was noch nebendran steht, ist ein Stone für mich. Ansonsten, das sind so momentan die beiden Köpfe, die ich auch am häufigsten rauche. Ja, könnte ich, glaube ich, mitgehen. Oplaco läuft bei mir auch viel. Lidlip läuft bei mir auch viel. Also ich bin da, was war auf Platz 5? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Wandenberg? Ja, das kann sein. Oder? Ich glaube, Wandenberg. Also da könnte ich mit der Top 5, kann ich auch komplett mitgehen. Kann ich sagen, das ist bei mir sehr ähnlich. Ja, aber interessante Umfrage. Weißt du, was auch sehr interessant ist? Was ist auch interessant? Ich weiß nicht mehr, wann genau mein Review zu der Pro X2 rausgekommen ist. Aber seitdem habe ich sozusagen in diesem Video auch den Cooling Diffuser von Stimulation reviewt. Ja. Und seitdem kriege ich Fragen dazu. Wo gibt es den denn? Ich finde den nicht. Wann kommt der denn? Wo kann ich den kaufen? Auf welcher Internetseite gibt es den? Ah, den gibt es noch nicht. Wann kommt der denn? Und so weiter und so weiter. Und Leute, heute, am Freitag, dem 22.10., Monate nach dem Pro X2 Release, ist es endlich soweit. Heute kam der Cooling Diffuser von Stimulation raus. Das heißt, falls ihr einen wolltet und ihn noch nie kaufen konntet, jetzt ist es soweit. Er kostet, wie damals angekündigt, 50 Euro, passt auf alle im Moment verkauften Stimulation-Pfeifen und mit dem Code SWG Cooling kriegt ihr auch noch kostenlosen Versand, der normal 8 Euro kostet, also 7,90 Euro. Hast du dir dann gespart? Ja. Musst du auch nicht irgendwie auf den Mindestbestellwert kommen oder so, das passt. Endlich ist das Ding draußen. Ein absolutes Meisterwerk an Technik. Ich habe den auch hier neben mir stehen. Du kannst einstellen, also was ist überhaupt der Cooling Diffuser? Der Cooling Diffuser ist ein Molassefänger, ein Diffusor und gleichzeitig auch noch ein Ventil, um beim Entlüften der Pfeife, also wenn ihr in den Schlauch pustet, wird ein Teil der Luft durch den Cooling Diffuser umgelenkt, sodass es die Rauchsäule hoch geht und durch den Kopf, was bewirkt, dass euer Kopf nicht nur durch einen kurzen Stoß, sondern durch einen längeren Stoß etwas abgekühlt wird. Was sehr, sehr geil ist, weil wenn man gerade raucht und merkt, oh der Kopf ist zu heiß, dann musst du mal normal immer den HMD heben und mal drunter pusten oder oft kurz pusten. Im Endeffekt die verbesserte Version vom Noob-Knopf. Ja. Ohne, dass du irgendwas drücken musst. Du musst nur entlüften und dann kannst du eben durch ein Kugelsystem drin einstellen, wie viel du da eben an Diffuserleistung haben möchtest, an Coolingleistung haben möchtest oder auch nicht. Dann kannst du das da ganz entspannt einstellen. Ja. Und dann hoffe ich, dass ihr an den SWG-Cooling-Code denkt und euch da ein bisschen was spart. Andi. Der hat nämlich gerade im Live-Chat geschrieben, er hat den vergessen. Sehr schade. Schlecht. Sowohl für ihn und seine 8 Euro, als auch für mich und meinen Anteil. Ja, ganz klar. Da kriegen wir ja immer ein kleines bisschen ab, deswegen auch Werbung. Aber das haben wir ja jetzt, glaube ich, schon mehr als häufig genug gesagt. Ja. Ja. Das war es eigentlich auch schon mit unseren Themen. Also News-mäßig ging da nicht so viel ab, aber ich kann euch eins sagen, es warten einige Pfeifen auf ein Review. Es warten noch einige weitere Sachen auf euch. Durch die 18-Plus-Umstellung können wir endlich wieder mit den Gewinnspielen rein starten, die es beim Alex und mir gibt. Und in diesem Sinne könnten wir jetzt noch kurz in die Fragerunde reingehen. Das heißt, wenn im Chat Leute sind, die da noch ein paar Fragen für uns haben, die wir jetzt live hier beantworten können, dann haut sie doch sehr, sehr gerne mal raus und dann widmen wir uns noch ein wenig euren Zuschauerfragen. Genau. Ich sehe gerade, Twitch hat sich auch aufgehängt. Perfekt. Das ist nicht so gut. 15 Minuten sind wir definitiv nicht am Stream. Das müsste schon ein kleines bisschen länger sein. Ja. Ja. Wie lange haben wir denn? Wir haben, oh, wir sind bei zwei Stunden, das ist eine relativ kurze Folge dafür, dass so lange, obwohl, ich sag mal so, die letzte wurde ja erst hochgeladen, das heißt, es ist ja gar nicht so viel Zeit vergangen, also ist das gar nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, irgendwie viel News. Also das war, war sehr wenig, also eineinhalb Stunden Real Life und eineinhalb Stunden News waren es jetzt. Und normal haben wir da immer umgekehrt, würde ich sagen. Also normal haben wir immer irgendwie, machen wir so eine Dreiviertelstunde irgendwie die Real Life-Dinger und dann ist der Rest immer News und sowas. Ja. Also wie gesagt, falls ihr Fragen habt oder auch noch Themen, die wir vergessen haben sollten, könnt ihr die gerne jetzt in den Chat reinhauen und dann machen wir jetzt noch eine kleine Fragerunde draus. Ja. Wobei sich Twitch irgendwie allgemein verabschiedet hat, so wie das gerade aussieht. Ist der YouTube-Chat noch da? Der YouTube-Chat müsste da sein, also es läuft hier auf jeden Fall noch. Wann gibt's wieder ein Gewinnspiel diesen Sonntag? Ja, diesen Sonntag bei uns beiden. Ja. Und Dezember ist ja eigentlich auch noch eins von uns beiden zusammen angedacht. Ja. Da wird auch noch auf jeden Fall was Schönes kommen. Möchte einer von euch mal Grape 2 mit zwei Shots probieren? Mir reicht eigentlich einer, was ich sage. Also einer ist für mich auch absolut genug. Wird es die Breeze in Full Edelstahl zu kaufen geben oder nur Base extra? Ich denke, das wird Teil von der Plus-Serie von Mose bleiben. Also wann das vielleicht als komplett eigenes Ding kommt, kann ich dir nicht sagen. Ich denke nicht, dass das geplant ist. Ich denke, das wird ein Zusatz zu der normalen sein. Wisst ihr, wann der Batch 4 des Hyphens kommt? Leider nicht. Uns wurde vor drei Wochen gesagt, in zwei Wochen. Aber es sind momentan Produktion, habe ich gesehen. Okay, also es wird wohl nicht mehr ewig dauern. Aber ja, moseelischer Base jetzt noch in schwarz und weiß, dann heirate ich den Verein. Glaube ich nicht, dass das bei Mose passieren wird. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wann kommt der Holzer Tabak? Boah, gute Frage. Piri Punch wurde ja auch angekündigt. Den haben wir tatsächlich vergessen. Stimmt, aber bin ich auch gespannt, wie der wird. Also aus der Holzer Punchline soll noch ein Birne Tabak kommen. Birne. 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 Kirsche, Kirche, Kirsche, Cherry. Ganz einfach eigentlich. Geht ihr heute und morgen auf das Darkseid Tasting und wisst ihr, welche neuen Flavor kommen? Alle neuen Flavor weiß noch keiner, soweit ich weiß. Es wurde nur einer angekündigt, aber was das ist, wissen wir nicht. Und ich werde vielleicht morgen auf dem Darkseid Tasting bei Shisha Union sein, ja. Vielleicht, also ich... Du auch vielleicht, oder? Vielleicht, ich weiß noch nicht. Okay. Wird relativ spontan entschieden bei mir. Hast du vor, ein Top 10 oder Top 5 Video deiner Köpfe zu machen, oder gibt es die schon? Na, da gibt es schon ein Video. Kannst du dir schon angucken. Ist der Lotus 3 aus Edelstahl oder habt ihr da keine Infos? Wir haben auch nur den Post gesehen, den Karl Laut auf der Seite von sich selbst gemacht hat, wo nur drinne stand, Born in the Heart of a Baby Unicorn. Also, mehr als das wissen wir auch nicht, ne? Da bin ich mal gespannt. Du musst uns einfach am 27. Überraschen. Aber ganz ehrlich, wenn der X-Hooker HMD für 25 Euro taugt, dann wird es Karl Laut diesmal eine ganze Ecke schwieriger haben, seine Produkte für 60 bis 90 Euro zu verkaufen. Safe. Ja, da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Was sind eure Lieblings-Tabak-Mischungen? Ich mische relativ selten. Ich mache mir da sehr wenig Gedanken zu. Das Einzige, was ich oft mische, ist Traube. Und das mische ich so gut wie mit allem. Ja. Beziehungsweise das Neue hier mit meinem London Grey, das finde ich sehr geil. Den werde ich, glaube ich, auch häufiger in nächster Zeit mal reinmischen. Bei mir einfach mal bei Instagram, bei den Mixing-Sessions vorbeischauen, bei den Videos und Kopfbau-Postings. Da sind eigentlich alle möglichen Mischungen dabei, die ich sehr gerne rauche. Heute kommt auch das nächste. Heute kommt eine Mixing-Session? Ja, kann ich ja auch schon mal teasern. Inspiriert von Mo. Ah ja, wild. Mit ganz viel Ginger Sour. Nein, Pinkman mit Milrick. Und das schmeckt gut. Boah, das klingt so abartig. Ei, 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 ei. Ich finde das lecker. Boah, das klingt so, als will ich das nicht mal probieren. Doch, probier es mal. Nee. Doch? Ich habe, glaube ich, zweimal in meinem Leben Milrick überhaupt geraucht. Weil ich den echt nicht gut finde. Mach das mal. Boah, nee. Also, wenn du dir das mal baust, dann probiere ich mal gerne. Aber, boah, nee. Ich finde es echt lecker. Boah, das klingt schrecklich, ey. Es hat eine Mixing-Session bekommen. Suche eine gute Pfeife mit Tell-Up-Low. Welche würdet ihr mir empfehlen? Schau dir mal Shisha-WG diskutiert an. Ach stimmt, da habt ihr ja mit Consi zusammen gemacht. Da haben wir über die kleinen Pfeifen geredet. Da ist zumindest schon mal die KF-S und die Breeze 2 drin. Die Hawk ist für mich zu teuer für die Qualität, die sie bietet. Die Nano könnte man noch mit reinwerfen. Die Division Nano war da auch mit dabei in dem Video. Also, Division, Kaif und Breeze waren in dem Video drin. Gut. Und was kommt sonst noch in Frage? Gibt nicht mehr viele, oder? Jetzt die Aladdin Pro vielleicht noch. Aber die habe ich noch nicht getestet. Von daher kann ich da auch noch nichts zu sagen. Ja. Finde ich den Stonehooker besser als den Hyphen? Naja, hatten wir ja eben schon sozusagen. Das sind beides hervorragende Köpfe. Mal mag man den lieber, mal mag man den lieber. Oder mal hat man mehr Lust auf das eine, mal auf das andere. Aber wenn du dir nur einen von beiden holen willst, dann bist du mit beiden hervorragend beraten. Beim Hyphen weißt du immer, was du kriegst. Beim Stonehooker-Fastball ist es immer so ein bisschen Glückssache. Die sind sehr, sehr unterschiedlich. Mal ist es dem Po breiter, mal ist es tiefer, mal kleiner, mal schmaler. Das muss ich auch wirklich noch dazu nehmen. Ich habe mir den ja bei Onel direkt mitgenommen. Und da habe ich dann wieder gesehen, dass ich mir keinen online bestellen würde. Weil ich bin sehr, sehr viele Päckchen durchgegangen, bis ich so einen perfekten Stone gefunden habe. Da waren teilweise Tabakgräber dabei. Da kannst du 50 Gramm Tabak reinklatschen. Ja. Was das gleiche Modell war. Also nach Stone das gleiche Modell. Einer so richtig schön mit 20 Gramm Verbrauch. Das müssen die echt endlich mal auf die Kette kriegen. Es nervt so hart bei Stone. Aber ist halt leider so. Ist der Cooling Diffusor mit Rauchrohr. Also wahrscheinlich Tauchrohr gleich lang wie das normale. Ja. Aber wie bei dem Tauchrohr von der Stimulation. Zumindest bei der Pro X Reihe. Als auch beim Cooling Diffusor kannst du das Ganze einstellen. Also das ist... Auf weiß ich nicht wie viele Stufen kannst du das einstellen. Die Leute, die das Video sehen, die sehen jetzt hier. Ich habe das Ding gerade in der Hand. Und da sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Rillen. Und dann ist glaube ich Ende. Also du kannst den auf acht Stufen einstellen. Und das Tauchrohr ist auch dabei. Das wusste man vorher nicht. Früher dachte man, das wäre nur hier der Diffusoraufsatz. Aber das Tauchrohr ist tatsächlich auch mit dabei. Und das kannst du wie gesagt auf acht Stufen verstellen. Und dann kannst du dir dein Tauchrohr immer so einstellen, wie du möchtest. Ich habe es eigentlich immer sehr kurz, weil ich das mag, durch den direkten Anzug. Aber wenn du dann merkst, scheiße, war wieder ein Schluck zu wenig Wasser. Dann kannst du auch einfach nochmal eins, zwei ausziehen. Und dann passt das wieder. Das finde ich tatsächlich sehr geil daran. Dass du dann, keine Ahnung, wenn du mal einen Schluck zu wenig Wasser hast oder so. Ziehst du dein Tauchrohr ein bisschen länger und fertig. Ich finde allgemein die Funktion cool, weil in die Steam passt ja auch extrem viel Wasser. Du kannst es halt damit sparender machen. Du kannst es wassersparender machen. Du kannst aber auch die Bowl-Rauchmenge kleiner machen. Stimmt. Was ich geiler finde. Dann mache ich lieber ein bisschen mehr Wasser rein. Geht das auch bei der Prime Pro X? Der Cooling-Diffusor geht auf alle Stimulation-Modelle, die aktuell verkauft werden. Also auch auf die Prime Pro X, ja. Wie so wird meine Kohle beim Rauchen komplett schwarz? Dann würde ich mal andere Kohle probieren. Oder darauf achten, dass sie halt komplett durch ist auf dem Anzug. Also nicht, dass du irgendwie runternimmst, wenn noch schwarze Stellen dran sind. Einfach komplett durchkühlen lassen. Dann vielleicht ein paar mal wenden. Genau, wenn es dann immer noch schwarz ist, dann entweder hast du den HMD nicht komplett getrocknet oder neue Kohle ausprobieren. Aber dafür gibt es ja auch den HMD-Guide, den man sich da mal angucken kann, wo die ganzen Sachen da nochmal beantwortet werden. Steht ja eigentlich auf florale Noten. Kismet hat einen Peach Blossom neu rausgebracht. Klingt sehr geil. Ab und zu kann ich mal eine florale Note mit drin haben, wie zum Beispiel bei dem neuen Aeon-Tabak, der ja oft mit Rose ist. Das finde ich mal ganz geil. Was heißt oft eigentlich nur? Ja, eigentlich nur. Naja, der andere ist mit... Was war das denn? Junge, das hat sich angehört, als ob du ein Tonnenobjekt auf den Boden hast fallen lassen. Oder als ob du eine Kanone gefolgt hast. Ohne Scheiß, Kanone. Was war das? Junge, also wenn gleich der Stream weg ist, dann rip directly und rip SWG. Junge, das muss ich mir auf jeden Fall nochmal dann im Video angucken. Ich bin gespannt, ob man das hört. Heilige, was war das denn? Junge, die haben einfach mit einem Kanonenschuss, haben die einfach hier mal kurz den Podcast-Hobs genommen. Ich habe kurz gesagt, es wäre ein Donner. Ja, es ist aber viel zu kurz und so. Und es kam auch so von unten. Also das hat man ja gehört. Boah. Geschreckt, wie sonst was? Auf den Schock würde ich sagen, müssen wir jetzt erstmal klarkommen. Aber wir bedanken uns an alle, die bis jetzt auch beim Shisha-Cast Episode 21 am Start waren. Und wir hoffen, dass die nächste Folge nicht so lange auf sich warten lässt, wie die letzte Folge. Und ja, danke fürs Zuhören. Alex, war wieder sehr nice. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr cool, dass wir das hier weiterhin zusammen durchziehen. Ist für mich ein sehr cooles Projekt. Ja. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Shisha-WG und... Euer Directly. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao.